Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir begeben uns heute auf eine Weltreise mit dem Indiana Jones der Finanzmärkte. Mit dem, der für seine Investments um die Welt reist. Und zwar dorthin, wo es richtig unbequem, schmutzig, aber auch spannend ist. In die Schwellenländer. Er erklärt das Vietnam-Paradox, er verrät die spannendsten Titel aus Asien und Afrika und um welchen Kontinent er einen Bogen macht. Und warum er mit der Türkei und mit China überhaupt nicht relaten kann. Ein Gespräch mit Axel Krone. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Samstag, der 14. Januar und der DAX hat eine weitere starke Woche hinter sich. Nach fast 5 Prozent sind es in dieser Woche mehr als 3 Prozent. Jetzt sind es 8,4 Prozent insgesamt seit Jahresanfang. Und damit mehr als eine durchschnittliche Jahresperformance. Jetzt schon, nach zwei Wochen. Anders als zu Jahresbeginn ging es diesmal auch an der Wall Street kräftig nach oben. S&P 500 plus 2,7 Prozent und die Nasdaq 100 4,5 Prozent im Plus. Das ist die beste Woche seit November. Das Jahr fühlt sich irgendwie bisher wie das umgekehrte Jahr 2022 an. Letztes Jahr hatten wir ja steigende Inflation, steigende Zinsen, steigender Dollar, fallende Aktien, Tod der Meme-Aktien, Absturz von Krypto. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil. Der Dollar fällt, Krypto hat so ein gewisses Comeback. Bitcoin seit Jahresanfang plus 14, Ether plus 14 und die Meme-Stocks haben auch wieder ein Comeback. Der Round Hill Meme ETF hat 13 Prozent gewonnen. Und so Meme-Stocks wie Peloton, 47 Prozent im Plus und Coinbase plus 41, EMC plus 23. Unsere Jahrhundertaktie, sagen wir mal, fällt. Airbnb plus 18, GameStop plus 11 und Plug Power plus 33. Ja, das ist schon ein bisschen, man fragt sich. Also wir hatten ja öfter die These aufgestellt und eigentlich waren sich auch alle einig, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen gerade bei Tech trennen könnte oder getrennt haben sollte. Aber ich meine, Peloton ist definitiv Spreu und Coinbase. Naja, aber vielleicht war die ja, die haben ja noch ein paar Abos gehabt. Und ich meine, mit den Fahrrädern haben sie Kinngewinn gemacht, aber mit den Abos noch. Und vielleicht war die jetzt auch ein bisschen zu weit runtergekommen. Also muss ja mal unterscheiden. Aber natürlich, bei vielen würde ich auch denken, ist es einfach eine Short Rallye. Das ist einfach eine Short Rallye, wo du einfach Leute sind Short und denken, hey, das erste Halbjahr wird sowieso Mist. Das haben ja viele gedacht mit diesen Ideen. Und dann auf einmal gibt es so ein wahnsinniges Comeback und dann musst du halt dich eindecken. Und dann geht halt auch der Shit mit nach oben. Und dann wird hier nicht getrennt nach Spreu von Weizen, sondern geht einfach alles hoch. Ja, erstmal vielleicht. Aber tatsächlich wenig fundamentale Gründe, dass Peloton jetzt 50 Prozent steigt oder Plug Power um ein Drittel. Aber im DAX muss man sagen, ist das Phänomen auch ein wenig zu beobachten. Natürlich auf soliderem Niveau, muss man sagen. Aber wenn wir gucken, wer da in dieser Woche ganz weit vorne ist. Sartorius ist ja tatsächlich auch ein stark verprügelter Wert. Und Vonovia stark im Plus mit 11 Prozent. Und was auch spannend ist, nämlich in zweierlei Hinsicht, Zalando, ja, auch gebeutelt in den letzten Monaten plus acht Prozent. Aber wenn man dann mal guckt, wo so richtig eine Schere auseinander geht, About You erging, ist ja in dieser Woche und auch schon in den Wochen davor nicht so richtig. Da gibt es so eine Abkopplung wirklich. Diese Woche hat ja About You nach den Zahlen beziehungsweise dem Ausblick, da hat man halt festgestellt, dass die Leute alle durch Rabatte verwöhnt sind und einfach nur rabattierten Kram gekauft haben. Die hatten so eine Aktion, für die ersten 10.000, die jetzt kaufen, die kriegen 50 Prozent auf den gesamten Einkauf. Und ich meine, wenn du die Leute so abrichtest und immer wieder auf die App gegangen wirst, saßt du, kamst du gar nicht mehr aus den Rabatten raus. Und das ist eine schwierige Sache. Du kannst natürlich dann deine Umsätze noch irgendwie hinbekommen. Das haben sie hinbekommen, muss man gestehen. Aber ich meine, du hast da eine Marge, die natürlich nicht so doll ist. Und dann musst du dir irgendwann dich fragen, ob die Leute auch mal wieder unrabattiert kaufen. Und die Aktie minus 20 diese Woche. Und jetzt hat man, wenn man mal schaut, seit dem Börsengang von About You, hat About You minus 76 und Zalando minus 55. Also man sieht, die waren ja immer ungefähr gleich auf. Die sind jetzt ein anderer Performer. Und deswegen müssen wir unbedingt den Tarek hier erinnern, dass er zu uns kommen wollte. Und er muss uns mal erzählen, wie kriege ich Leute, die ich an Rabatte gewöhnt habe, wie kriege ich das den Leuten wieder ausgetrieben. Ich meine, jeder, der jetzt, also ich sehe das ja an meinem Sohn, der ist ja am Anfang mit den Rabatten rumgerannt wie so ein Dervisch. Das kann ich noch und das könnte ich und das könnte ich. Und mittlerweile sagt er, ja, Rabatte halt, gehört dazu. Aber den nochmal irgendwie einkaufen zu schicken und ohne Rabatt, also ich kann mir das nicht vorstellen. Und ja, das wird uns der Tarek da mal erzählen müssen mit seinem ganzen Charme. Ja, das stimmt. Rabatte übrigens. Aber da müssen wir vielleicht dann nochmal am Montag drüber reden, weil alles auf Aktien. Ja. Tesla, die Tesla-Rabatte. Stimmt. Wahnsinn. Die Aktie hat es noch nicht wieder ins Plus in diesem Jahr geschafft. Die ist noch leicht im Minus in diesem Jahr, aber hat auch wieder vom Tiefpunkt doch wieder ein bisschen zugelegt. Aber da ist ja jetzt die Frage, die man sich stellen muss und das werden wir dann hoffentlich am Montag besprechen, ob die sich das leisten können und vielleicht trotzdem die hohe Marge beibehalten können, weil sie einfach so exzellent arbeiten. Oder ob es wirklich ein defensiver Move ist und sie eigentlich gezwungen sind, damit nicht irgendwann die 20 Parkplätze anmieten müssen, um die Kisten loszubekommen, die Leute jetzt auch mit Rabatten blocken müssen. Das wäre eine gute Frage. Das musst du klären. Das gucken wir uns nochmal genauer an. Das ist die Frage der Fragen. Vielleicht nur ganz kurz für alle, die es gar nicht gehört haben. Also Tesla macht jetzt seine günstigen Modelle, also Model Y und Model 3 auch in Europa, also auch in Deutschland. Richtig, richtig günstiger um viele, viele tausend Euro. Aber wie gesagt, das greifen wir nochmal ganz, ganz zeitnah auf. Jetzt schauen wir heute aber erstmal auf die Schwellenländer, Schwellenländer, auf die Emerging Markets. Ja. Und da muss man sagen, die haben sich in diesem Jahr auch sehr ordentlich entwickelt. Bisher der MSCI Emerging Markets hat 4,3 Prozent. Das kann sich absolut auf Euro-Basis. Auf Euro-Basis, genau. Weil der Euro hat ja dieses Jahr zugelegt. Das ist auch vielleicht für alle Menschen, die sich jetzt fragen, warum möglicherweise ihr MSCI World nicht so geil mehr läuft, liegt auch daran, der hat dieses Jahr nur plus 5 gemacht, das liegt auch daran, dass das, was im vergangenen Jahr positiv war, nämlich der Euro schwach und alles, was in Dollar verdient wird, wird nochmal in Euro noch besser verdient, das hat sich eben auch rumgedreht. Das muss man eben auch sehen. Deswegen ist die Relator nicht mehr ganz so doll. Deswegen steht der DAX besser da als der MSCI World. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Aber darüber reden wir ja auch immer. Auf jeden Fall, es soll heute in unserem heutigen Gespräch eben um die Schwellenländer gehen. Und weil das Thema ja auch immer doch relativ weit weg ist, wenn wir jetzt nicht gerade über China reden oder vielleicht noch Indien, weit weg und dann doch schwer greifbar, haben wir jemanden eingeladen, der halt ganz nah dran ist. Axel Krone heißt er und er ist halt ein wahrer Börsenglobetrotter. Und er hat sogar, weil er so ein, es muss sein, er ist ein ganz für die Finanzbranche ungewöhnlicher Typ und wahrscheinlich hat er auch deshalb sich selbstständig gemacht, hat seine ganz eigene Fondsgesellschaft gegründet. Die heißt Krone Capital. Das war in Amerika noch, vor 18 Jahren war das ein Hedgefonds. Mittlerweile ist er wieder nach Deutschland gezogen, wohnt in München und hat in Europa auch einen Fonds seit 2015 jetzt, seinen Emerging Markets Fonds. Und er fährt halt wirklich um die Welt, um die Unternehmen persönlich zu besuchen und zu gucken, ob er da investieren kann. Und meint halt, wird es ihn so fern lohnen, weil da eben nicht so viele Leute hingucken. Bei Apple gibt es Dutzende von Analysten, aber bei irgendeiner afrikanischen Bank in Ghana, da gibt es ganz wenige nur. Das ist schon mal ein super Cliffhanger fürs Gespräch. Damit geht es jetzt dann auch los. Herzlich willkommen Axel. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Axel. Jetzt werden viele sagen, Axel Krone, Axel who? Axel? Habe ich noch nie gehört. Und umso wichtiger ist es, dass du dich hier vorstellst und einfach mal sagst, was dich ausmacht und auch erklärst, was die Menschen in den nächsten 60 bis 90 Minuten hier erwarten können und damit man schon so eine Erwartungshaltung schüren kann. Und das in einer Minute. Deine Minute läuft jetzt. So, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich heiße Axel Krone und investiere in globalen Aktienmärkten. Das heißt, ich reise viel, ich fliege um die Welt, suche nach unterbewerteten Aktien, die ich dann kaufe. Ich habe zwei Portfolios, die ich manage. Einen deutschen Fonds, den AVH-Fonds und einen amerikanischen Hedgefonds. Beide haben die gleiche Strategie. Ich suche billige Aktien, gute Aktien und profitable Unternehmen. Das war sogar weniger als eine Minute. Wunderbar. Und wir stellen fest, du bist aus der Value-Klobe-Trotter. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Kollege Sommerfeld wird wahrscheinlich noch eine bessere Bezeichnung finden. Ich überlege mir noch was Besseres als Klobe-Trotter. Sage ich euch denn am Ende dieser Sendung. Okay, wenn wir mit ihm gesprochen haben. Das ist super. Jetzt werden viele sagen, okay, der Mann macht sich auf die Suche nach unterbewerteten Unternehmen in Schwellenländern. Und bei Schwellenländern denkt man so, wie komme ich denn überhaupt hin? Darf ich da gar nicht einreisen? Da steht ein Autokrat an der Grenze. Dann habe ich irgendwie den Polizisten muss ich schmieren, damit ich überhaupt da hinkomme zum Unternehmen. Und Emerging Markets-Schwellen sind immer so ein bisschen problematisch und viele fragen sich, warum muss ich das überhaupt haben? Und dann kann ich gar nicht sehen, ob die bilanziert haben. Und dann passiert das. Dann gibt es Sanktionen und dann fangen die an, Krieg zu machen und dies und das. Erklär vielleicht den Menschen am Anfang mal, warum man Emerging Markets zu einem ganzheitlichen Depot dazugehört. Also erst mal, ich denke, jeder muss da investieren, was für einen selber passt. Und wenn einer sagt, mir gefällt das nicht in Emerging Markets, ich möchte lieber im DAX investieren oder ich möchte in französische Bilder oder italienischen Wein investieren, dann muss das jeder machen. Das muss für einen selber Sinn machen. Und Emerging Markets heißt nicht nur Autokraten, was auch immer. Emerging Markets fährt ja an, wenn man von hier 100 Kilometer nach Osten fährt. nicht, das ist Polen ist Emerging Market. Ungarn ist Emerging Market. Tschechien ist Emerging Market. Und wer schon mal in Kroatien war, der merkt, da sind keine Leute, keine bösen Leute, die auf einen warten. Und die Menschen sind ganz nicht weniger ehrlich, als hier in der guten Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht mal ganz kurz die Definition. Also das wird sicherlich schon viele überraschen. Wo grenzen wir uns denn ab? Also wo beginnt der Emerging Market? Es gibt lauter Abgrenzungen, aber die Emerging Market im Grunde genommen macht wenig Sinn. Dass dann MSCI sagt, dieses Land ist Emerging Market aufgrund dieser Bedingungen. Wenn es diese Bedingungen nicht erfüllt, weil es zu schlecht ist und es ist ein Frontier Market, ist total subjektiv, was irgendwelche Komitees machen, sagen. Okay, aber warum würdest du jetzt beispielsweise sagen, ist Polen, warum zählt Polen dazu aus deiner Sicht? Du, weil es MSCI, weil jemand anders das sagt. Ich suche es mir nicht aus. Und die haben gesagt, es war mal Griechenland, war auch mal erst mal entwickeltes Land, dann gelten sie als Emerging Market, jetzt gilt es als Frontier Market. Okay. Zypern genauso. Und also du hast dann Länder wie, diese ganzen Emerging Market Indices sind auch einen Haufen Blödsinn, weil wie gewichtest du diese Länder? Hast du dann eben nur nach Market Cap, dann hast du China, China, China dabei oder vielleicht noch jetzt hast du Südkorea dabei und das ist glaube ich auch im Emerging Market, eins der größten Länder, wenn du schon mal in Seoul warst. Ich meine, dagegen ist Berlin eine Agrargesellschaft. Das ist super modern. Gut, das stimmt. Das ist Emerging Market, weil glaube ich die Währung nicht ganz frei konvertiert, weil ich glaube, das war das Problem und weil das nicht so ist, deswegen hat MSCI gesagt, dann ist Südkorea und Samsung und wie sie alle heißt, also wenn ihr ein Samsung Handy habt, dann habt ihr ein Smartphone aus einem Schwellenland zumindest nach MSCI Definition. Aber vielleicht trotzdem noch die Frage, warum sollte man als Anleger das haben? Mit Emerging Market verbindet man ja immer Aufholprozess, verbindet man ja immer, da sind junge, hungrige Menschen, die noch was wachen wollen, da verbindet man immer eine bessere Demografie, da verbindet man ja dieses Nachholpotenzial. Stimmt das oder ist das ein Mythos? Ist ein Mythos. Schade eigentlich. Gut, dann hat es einen schönen Tag noch. Das Wort Emerging Markets macht, dieser Überbegriff macht gar keinen Sinn. Du hast, alles was du gerade gesagt hast, stimmt für ein Land wie Indien. Da hast du diese positive demografische Entwicklung, Aufholbedarf. Aber dann hast du ein Land wie eben Südkorea oder auch China, wo die demografische Entwicklung genauso katastrophal ist wie in Deutschland. Ich meine, die Länder sind am Aussterben. und deshalb macht dieser Index, der Überbegriff, keinen Sinn. Wenn du hast eben Saudi-Arabien da drin und China und Indien und wie sie alle heißen und jedes Land tickt anders. Die einen sind Rohstoffimporteure, die anderen sind Rohstoffexporteure und deshalb, ich bin, ja, diese Überbegriffe und machen für mich keinen Sinn. Ich weiß, was du hören willst. Die sexy Story, aber es ist halt nicht die Realität auf dem Boden. Ich würde sagen, viele Emerging Markets haben schon, wenn man die Weltbevölkerung anguckt, wohnen ganz viele Menschen in den Emerging Markets. In Amerika ist es ja so, vier Prozent der Bevölkerung waren 25 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, aber die Aktien sind zu 60 Prozent gewichtet. Und das ist ja bei Emerging Markets wahrscheinlich genau, wahrscheinlich kann man die Geschichte einmal umdrehen, würde man wahrscheinlich sagen, die haben 60 Prozent der Weltbevölkerung und die 60 Prozent, die schaffen bestimmt 50 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts, aber die Börsenunternehmen sind nur ganz gering gewichtet. Ist diese Rechnung machbar? Ja, die ist machbar und absolut, das ist der Grund, da zu investieren. Vielleicht ist die Weltbevölkerung weniger aussagekräftig als das Bruttosozialprodukt. Denn was hilft das, wenn du viele Leute hast, die nichts produzieren? Aber Market, Kapitalisierung relativ zum Bruttosozialprodukt, das macht Sinn. Und mit der Logik, dann würde ich den ganzen Tag S&P Short verkaufen und Emerging Markets Long gehen und dann 10 Jahre an den Strand gehen. Ich denke, das macht Sinn. Aber es sagt vielleicht mehr aus, dass amerikanische Aktien kolossal überbewertet sind. In meiner Ansicht. Aber ich lag da schon viele Jahre falsch. Stimmt, wir haben schon viele Jahre mit Underperformance, Emerging Markets. Es gab ja mal Zeiten, wo sie über Jahre hinweg eigentlich besser performt haben und es ist ja auch klar, eine Asset-Klasse, die risikoreicher ist, die hat zwar höhere Schwankungen, sollte aber per Definition dann auch am Ende einen höheren Return machen, weil immer Rendite, Risiko bedingt sich immer miteinander. Was ist denn in den letzten 10 Jahren schiefgegangen? Warum hat das nicht funktioniert in den letzten 10 Jahren? Du, das ist einfach gesagt. Was ist schiefgegangen? Monetary Easing in den USA, da wurde Geld gedruckt ohne Ende und jeder Institution, jeder Endowment, jeder Fonds, groß, kleinen, Privatleute, wo haben alle investiert, haben alle in Tesla und Apple und Microsoft den ganzen Tag investiert und je schlechter die Emerging Markets liefen, umso kleiniger wurde die Gewichtung, umso mehr Geld wurde abgezogen, denn jeder guckt, okay, was ist im letzten Jahr gelaufen? Ja, nicht Nigeria, sondern Tesla, wo wird das Geld investiert? Ja, in Tesla, das was am meisten läuft, läuft immer mehr. Das ist ja, und dann hast du dazu noch die ganzen Phänomene des Passiven investieren, wo die Großen, je mehr gewichtet bist, desto mehr Geld kriegst du und das war, das war der Kreislauf. Dass die Emerging Markets Fonds, diese ganzen Templeton, Mark Möbius und Morgan Stanley Emerging Markets, die haben alle kolossal an, die haben fast kein Geld mehr. Die haben alles Geld abgegeben, weil die Investoren haben alle Gelder abgezogen und alles in den Nasdaq gesetzt. Also wir sehen, jetzt gibt es da eine Dazu kommt noch China, muss man sagen. Das hat natürlich jetzt auch den Produkten auch nicht so gut getan. Russland wahrscheinlich auch nicht. Russland wahrscheinlich, aber die waren natürlich nicht so hochgewichtet. Doch, die hat mit ihren ganzen Rohstoffunternehmen gab es auch ein bisschen Russland, würde ich vermuten, aber wahrscheinlich ist es weniger. Aber jetzt könnten wir ja sagen, können wir uns darauf einigen, Emerging Markets sind deshalb auch eine gute Zusammenmischung, weil wenn es dieses Peak Amerika gibt und man hat Emerging Markets auch mit dem Portfolio, dann ist man auf jeden Fall für diese Situation gut vorbereitet und hat noch ein paar günstigere bewertete Produkte. Wir haben ja diese Woche auch bei Alles auf Aktien mal Emerging Markets vorgestellt. Da haben wir ja festgestellt, wenn man mal den breiten Index anguckt, so schwachsinnig du den auch hältst, ist ja egal, hat ein KGV aus einem Kursgewinnverhältnis von 11 und wenn man den MSCI, also den MSCI Emerging Market und wenn man den MSCI World anguckt, wo ja nur die Industriestaaten drin sind, die sind mit einem Kursgewinnverhältnis von 17 bewertet, da sieht man ja schon die unterschiedliche Bewertung und dann können wir uns darauf einigen, also da kann man was machen. Nun wollen wir aber ja, weil du gesagt hast, nicht jedes Land ist gleich und man sollte sie nicht unter einer Wache, wollen wir natürlich jetzt gleich uns auf die Suche begeben und natürlich wollen die Leute vorher mal wissen, warum fährt er zu den Unternehmen hin? Da könntest du ja auch irgendwie seinen Bloomberg aufklappen und könnte dann da die Unternehmen sich angucken. Du scheinst ja irgendwie so eine, ich nenne es Globetrotter, wie wolltest du es nennen? Kosmopolit vielleicht. Kosmopolit, okay. Finanzieller Kosmopolit. Der finanzieller Kosmopolit. Börsenkosmopolit. Börsenkosmopolit. Ich bin besser als Börsenklobetrotter. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie bist du auf so einer Klobetrotter? Da muss man irgendwie auch wahrscheinlich Spaß dran haben, Neugier haben, Leute zu sehen, Sachen zu erleben. Vielleicht sagst du kurz, wie du in die Finanzbranche reingestolpert bist oder wie du reingekommen bist, damit wir ungefähr wissen, warum du so ein Kosmopolit bist. Also mit dem Titel, dass ich noch was zur Diskussion beisteuern kann. Ich würde schon Indiana Jones des Invest, des Value Investierens genannt. Indiana Jones, das ist aber cool. Da hätten wir auch drauf kommen können. Ey, Mist. Jetzt sind wir hier in der Sendung bloßgeschickt. Können wir das rausschneiden? Das nehmen wir vielleicht sogar als Überschrift. Mal gucken. Das stimmt. Ja, da kommt ja zumal jetzt auch wieder ein neuer Kinofilmkompakt von Indiana Jones kommt. Das heißt, auch die jüngere Generation wird kennenlernen, wer die relaten damit. Aber nicht mit Harrison Ford, oder? Ich fürchte fast, ja. Solange der noch lebt, glaube ich, wird es auch mit Harrison Ford sein. Der war ja vor 30 Jahren geil. Aber wir schweifen ab. Aber er ist noch der junge Harrison Ford, den wir haben. Das können wir schon mal sagen. Wir machen ja auch noch ein Bild. Da gibt es eine Indikkeit für dich. Ebenfalls. Also er hatte nicht die, er hatte nicht die, ja. Okay, also wo ging deine Reise als Indiana Jones los? Wo begannen sie? Los. Ich bin geboren worden. Wo begannen waren? Würde ich vermuten. Da ist auch Indiana Jones gekommen. Ja, wo ging die Reise los? Einfach, ich hatte schon immer als, ich bin in Hannover geboren, die Deutschlands heimliche Hauptstadt. Und ich hatte schon immer an Börsen und Finanzmärkten einfach Interesse. Ich weiß nicht, warum, aber es war so. Hab nie, dachte nie, dass ich das irgendwie professionell machen könnte. Hab dann... Deine erste Aktie wollen wir noch kurz hören, damit wir das auch noch, damit wir das abgehakt haben. Ich weiß, das ist für viele immer lang. Meine erste Aktie war ich mit 15 gekauft, da war eine südafrikanische Goldmine. Ja. Da ging es schon los. Da ging es schon los. Da ging es schon los, genau. Okay. Und die ich natürlich mit wenig Geld gekauft habe und wahrscheinlich mit noch weniger Geld verkauft habe. Du musstest dann deine Eltern mitnehmen? Wie war das? Du, keine Ahnung. Irgendwie habe ich ein Depot gehabt bei der Volksbank und dann habe ich eine Aktie kaufen können. Okay. Da gab es noch, ich glaube, du hast bestimmt 50 Euro an Gebühr bezahlt pro... Da kann man es nicht mehr tragen. Gut, okay. Scheißegal. Ja, egal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe dann nach dem Abitur habe ich Boundgenieur studiert auf Dringen meines Vaters, wobei ich war kein guter oder besonders nicht leidenschaftlicher Ingenieur. Habe dann eine Green Card gewonnen. Was hast du konstruiert? Noch deine coolste Konstruktion, die du gemacht hast? Oh, Mülldeponie. Okay. Das ist sexy, oder? Immerhin. Immerhin. Das ist ein Zukunftsbusiness heutzutage. Heute ist es Zukunft. Ja, damals hat es nur gestucken, als ich auf der Baustelle war. Du hast eine Mülldeponie richtig konstruiert. Ja, ich habe es nicht konstruiert. Ich war der Bauleiter. Ich war der, der da hinging mit 23. Okay. Da musste ich noch nicht rasieren, sah aus wie 17. Okay. Da musste ich dem Polier sagen, bist du der neue Praktikant? Ich habe gesagt, nee, ich bin dein Chef. Und der Polier war begeistert. Nee, und dann war ich da verantwortlich für 100 Leute und wie viele Millionen Bauvolumen. Und die haben wir auf dich gehört. Du weißt was, es hat funktioniert, einfach, musst du einfach auf die Leute zugehen. Ich bin nicht der Einzige, der hier studiert hat, sondern hier, Polier, du machst seit 30 Jahren und sag mir, wie es geht und hilf mir und wir machen das zusammen für die Firma. Und das ist so, wenn du den Leuten Respekt zeigst, dann kriegst du auch von jedem Respekt wieder. Und dass du einfach dann morgens um sechs Uhr auf der Baustelle bist und wenn es draußen minus fünf Grad ist, bringst du eine Flasche Schnaps mit für die Maurer und dann gibst du denen in der Mittagspause. Und dann reden sie mit dir und dann kriegst du auch verhandelst du fair mit denen. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, wie du auch deine Anlage siehst, dass du Respekt den Leuten zahlst, auf die Leute zugehst. Das ist auf jeden Fall besser, weil du mehr von den Leuten erfährst, wenn du hingehst und sagst, ey, ich hier Chef und dann sagen die so, ey, was? Das ist schon mal gut. Okay, also du bist bei uns, jetzt kommst du zur Greencard und sagst, irgendwie scheint das ja nicht so deine Berufung gewesen zu sein. Du hast ja schon angedeutet. Und wie bewirbt man sich bei einer Greencard? Da muss man ja auch auf die Idee kommen. Ich habe in Kalifornien Urlaub gemacht und ich dachte, oh, das ist aber geil, hier, besseres Wetter als in Hannover und hier möchte ich bleiben. Und bin dann zurückgegangen nach Deutschland und habe dann da vier, fünf Jahre noch gelebt nach meinem Urlaub und habe immer jedes... Als Bauingenieur. Als Bauingenieur, ja, habe studiert, Bauingenieur und dann habe ich dann... Irgendwann habe ich einen Brief gekriegt und habe gesagt, wir kommen. Und dann bin ich zur Botschaft gegangen und habe mich da die Unterlagen abgegeben und dann ein einfacher One-Way-Ticket nach San Diego gebucht. Und dann... Also du hast tatsächlich eine Greencard dann bekommen, ne? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht sehr hoch, ne? Ja, 1 zu 100 ungefähr war es damals. Ja, war gering, aber klar, mit jedem Jahr verbessern sich die Chancen und ein bisschen Glück gehabt. Und... Wie alt warst du da? 25. Okay, One-Way in Silicon Valley. Ja, weiter südlich, eine mexikanische Grenze zum Tacos, aber es war auch gut. Okay, auch warm. Damals gab es noch kein Airbnb wahrscheinlich und du konntest... Wie hast du deine Hütte gekriegt, gefunden? Ich habe in der Jugendherberge gewohnt. Ich habe alle Habseligkeiten, die ich hatte, habe ich mitgenommen und im Acht-Bett-Zimmer geschlafen, habe einen Job gefunden, habe immer gehofft, dass ich, wenn ich wiederkomme, dass meine Habseligkeiten noch da sind, alle. Aber ich hatte nix. Okay. Aber... Was war denn der Plan? Also wie... Ich meine, dann warst du da und dann warst du im Hostel und... Du, ich hatte einen super Plan. Der Plan war, ich kaufe einen Bus, wo zehn Leute reinpassen und da sammle ich lauter Touristen ein und dann mache ich nur Tours runden an Mexiko, schlafe am Strand und trinke Corona. Und das ist meine Karriere. Okay. Soll ich nach einem... Wenn du 25 bist, nicht? Und wie ist es dann gekommen? Ja, dann bin ich zu ein paar... Dann habe ich mich nach Bussen erkundigt und dann habe ich mich erkundigt, wie man einen kommerziellen Führerschein macht und dann bin ich zu Jugendherbergen gegangen und habe gesagt, hier, das habe ich vor und dann haben sie gesagt, ja, so einer wie du kommt einmal im Monat und der kommt nie ein zweites Mal. Und dann wusste ich, okay, ich brauche einen anderen Job. Gut. Und dann? Dann dachtest du mir, ich habe doch diese Aktien mal im Kauf. Wie wäre es denn damit? Ja, erst musste ich mal Geld verdienen. Dann habe ich als Tellerwäscher gearbeitet. Oh, der Klassiker. Jetzt wird es richtig in Tellerwäscher zum Hedgefondsmanager. Ja, die habe ich aber bald rausgeschmissen. Meine Frau kann es verstehen, weil die Teller wurden nicht sauber. Ist jetzt da nicht so ein anspruchsvoller Job, muss man sagen. Ich habe versagt. Ich war nicht gut genug. Okay, also da hat die Leidenschaft auch gefehlt. Gut. Mit dem Bauingenieurkram konntest du nichts anfangen in Amerika? Die haben doch so eine schlechte Infrastruktur. Da hätte ich doch sagen können, hey, ich baue euch eine Brücke hier hin. Wie wäre es mal mit unterirdisch die Stromleitungen verlegen? Also war nichts? Nee, das war von Anfang an klar, dass ich das nicht wollte. Und dann habe ich eine Kleinanzeige gesehen in der lokalen Zeitung und da stand dann Stockbroker Wanted, High Income, High Career und was auch immer. Das hatte ich eigentlich so gut. Ja, und da habe ich da angerufen und die haben mich sofort, die haben gesagt, okay, komm sofort vorbei. Kannst du ja anfangen dann. Und dann war das, ich weiß nicht, ihr kennt ja sicherlich The Wolf of Wall Street. Ja, da habe ich auch wirklich sofort dran gedacht. Das war es. Ja, das war es. Genau so. Da war es. Das war so. Die ganz seriösen Typen. Und dann Penny Stock verkaufen? Total. Nur. Wirklich? Ja, ja, absolut. Morgens um 6 Uhr ging es los, hast du New York angerufen und dann jede Zeitzone weitergearbeitet. Nur um 5 Uhr. Denn 5 Uhr war morgens angefangen, es war 8 Uhr New York. Und dann mit jeder Zeitzone, dass die Leute, um 8 Uhr darf man Leute anrufen. Komm, die drei besten Tipps, die du über den Penny Stock verkaufst. Jetzt für mich mal hier so ein Lifehack. Was sagt man da? Okay, ich kann mit Stolz sagen, ich habe keine einzige Aktie verkauft, ich habe kein einziges Konto eröffnet, weil die Leute haben mich gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, welche Sprache ich spreche, weil ich hatte so einen starken deutschen Akzent. Aber immerhin Hochdeutsch. Aus Hannover kommen die Hochdeutsch. Ja, aber im Englisch hat es dann... Also da hat es auch nicht geklappt. Jetzt wirst du da. Aber was hast du dann den ganzen Tag gemacht? Du, ich habe 1000 Telefonate am Tag gemacht und habe irgendwelche fremden Leute angerufen und gesagt, hier, my name is Axel Krohn with Wickel Associates. I would like to give you some free financial advice. Und dann war es immer klick, klick, klick. Du, ist sehr herz. Ich will give you some free financial advice. How to become rich with Axel. Ist der härteste Job der Welt. Also ich habe mir oft, absolut, den ganzen Tag nur Absagen. Ich hätte mir gewünscht, ich würde irgendwelche im Tiefbau arbeiten und mit der Schaufel. Das wäre leichter gewesen als 1000 Mal am Tag nur Absagen. Aber lernt man da nicht auch was draus, dass du mit Zurückweisung leben lernst? Das ist ja auch ein Resilienzkriterium. Im Leben wird man ja noch mehrere Absagen kriegen und gerade die ganze Generation Snowflake, wie man sie noch heute zu sagen nennt, hat ja nie gelernt, richtig mit Absagen. Selbst beim Dating hast du vorher noch gematcht dich mit dem Handy und dann musst du noch nicht mal hingehen und du sagst, äh hallo, sondern du wischst, okay, passt und dann nicht mal da kriegst du eine Rückkehr. Ist das was Sinnvolles im Leben? Ich habe in der Disco ja 1000 Absagen schon gekriegt, wenn ich mich überhaupt getraut habe. Du warst ein richtiger Erfolgstyp in der Zeit. Ja, nach Schoen. Okay. Totaler Trottel. Absagen kassieren als Broker. Das gefällt mir. Das ist ein cooler Job. Aber bist du auf Provisionsbasis bezahlt worden und was hast du denn da gekriegt? Oder warst du dann derjenige, der irgendwie für gute Stimmung vor Ort sorgt? Ich habe 700 Dollar im Monat gekriegt. Fix. Ohne, dass du ein Ding verkaufen musstest. Das war der Fix. Aber wenn du musst eine Provision machen und wenn du das nämlich hast, dann bist du nicht lange da. Aber ich wusste schon, ich habe so schnell gemerkt, als sie gesagt haben, ich meine, ich dachte ja, Mehrblick und ich dachte, bei Broker, ich bin bei der Deutschen Bank, aber die waren auch ein paar, ich war weg und danach war die SEC da und hat ihnen geholfen, wie man das Business schnell runterfährt und dann war es vorbei. Aber auf jeden Fall, da wusste ich dann, dass ich bei einer richtigen Firma arbeiten musste, die mir was beibringt. Und du hast wirklich in so einer Baracke gearbeitet, so wie wir es aus dem Film sehen. Nee, keine Barocke. Nee, es war richtig schön. Ich hatte ein beeindruckendes Büro, ich hatte Mehrblick. War wunderschön. Ach so, wirklich Mehrblick? Ach so. Nee, nee, aber waren trotzdem Gangster. Okay. Waren trotzdem Gangster. Gut, dann warst du das und was passierte dann? Du, dann habe ich mich beworben bei den großen Firmen. Das waren damals Smith Barney, Merrill Lynch und Morgan Stanley, Dean Witter, genau. und dann bei Smith Barney. Hast du gesagt, ich bin der erfolgreichste Verkäufer, nehmen Sie mich oder was stand da in der Bewerbung? Du, bei Smith Barney haben sie gesagt, okay, du kannst hier anfangen und bei Merrill Lynch haben sie sofort, du kannst hier anfangen. Aber warum denn das? Du warst doch völlig erfolglos. Das stimmt. Aber dann war ich eben bei Morgan Stanley und da haben sie gesagt, du kannst hier nicht anfangen. Da wusste ich, das sind die Schlauen. Und dann wusste ich, da will ich hier arbeiten, weil die nehme ich nicht. Und dann war ich immer wieder da und hatte da immer wieder mit dem Chef gesprochen und hatte Vorstellungsgespräche und musste so Interviews machen und Assessments in diesem ganzen Blödsinn. Und die haben immer gesagt, okay, ja, super, nett, okay, alle Tests bestanden, aber wen kennst du, wer sind deine Kunden, du kannst ja nicht anfangen. Aber ich bin einfach jeden Tag wieder hingegangen, mehr oder weniger, oder einmal in der Woche und bis dann der Niederlassungsleiter, und das war eine große Niederlassung, mehrere Milliarden in Kundengelder, hat dann gesagt, wie kann ich dich loswerden? Stell mich an. Ja, either you hire me or you shoot me. Okay, I hire you. Aber cool. Also man lernt, mit Rückweisung leben und einfach eine gewisse Beharrlichkeit. Die zwei Eigenschaften haben wir jetzt schon hier mitgenommen. Und dann hast du was da gemacht? Ich war Financial Advisor, das heißt, ich habe da eine Ausbildung gekriegt, bin nach New York geflogen, World Trade Center damals noch und habe dann da gelernt, wie das geht, habe viele Tests gemacht zum Commodities und Aktien und dass ich das alles machen darf, wo er dann irgendwie noch mitverantwortlich ist, dass ich da im Management irgendwann war mit Compliance und dass ich die Trades überwache und Money Laundry und diese ganzen Sachen, dass ich das ganze Backoffice auch gemacht habe und habe dann da Kunden beraten, wie sie ihr Geld investieren sollen. Was sind die größten Fehler? Du hast ja wahrscheinlich dann auch viele Kunden persönlich gesehen, viele Kunden betreut. Was war so der größte Fehler, wo du dachtest, oh Mann, immer wieder das? Du, das Problem sind nicht die Kunden, das Problem sind, dass die Anlageberater selber wenig Ahnung haben, dass die meisten nicht selber denken und ich wüsste nicht, wem ich jetzt in mein Testament reinschreibe, dass der für meine Familie aufpasst, dass das Geld dann auch noch da ist. Die meisten dieser Leute, die da alle gut gemeint sind, aber sind halt Verkäufer, nicht? Du wirst bezahlt Kommission und du wirst nicht bezahlt für Performance und die meisten machen mit ihrem eigenen Geld noch unverantwortlichere Sachen, als dass sie für ihre Privat, für ihre Kunden machen und die massive Interessenskonflikte in der Branche. Aber das ist halt in der Branche drin und das ist ein Riesenproblem. Also diese ganzen Klischees, die man ja auch aus den Filmen beispielsweise vor Augen hat, zumindest in welcher Zeit reden wir jetzt? Welches Jahr schreiben wir? Wir schreiben 97 bis 2004 habe ich da aufgehört. Und hat sich das jetzt geändert? Du wirst jetzt hier noch Kontakt haben oder ist es eigentlich... Die Leute sind die gleichen, die sind auch nicht besser geworden. Interessenskonflikte eigentlich auch nicht. Weißt du, wenn du da bist in der Branche, nie fragt dich irgendjemand in der Firma, wie viel haben deine Kunden verdient? Das gibt es nicht, die Frage. Die fragen dich am Jahresanfang, wie viele neue Kunden möchtest du haben, wie viele Kundengelder, wie viele Kommissionen möchtest du, was ist dein Ziel für dieses Jahr? Und wenn du es nicht erreichst, dann fragen sie, was jetzt passiert. Und das ist es im Grunde genommen. Und das Einzige, was sie wollen, dass du nichts machst, dass deine Kunden dich verklagen. Also du darfst in keine Penny Stocks oder irgendwas machen. Solange du das machst, was alle machen, möglichst konventionell, hast du immer deinen Job und die Kunden gehen auch nicht weg. Das kannst du immer entschuldigen. Ja, S&P, underperformed, outperformed, aber dann hast du immer zehn Portfolgs drin und dann redest du halt über den einen, der gut gelaufen ist. Und die anderen sagst, aber guck mal, oder ich habe dir auch gesagt, du sollst dein Haus nicht verkaufen. Dein Haus ist doch gestiegen, auch wenn alle meine Tipps gefallen sind. Aber ich verstehe das immer nicht mit dieser, das hört man ja oft, dass das funktioniert. Aber ich meine, die Kunden, sind die dann so finanziell unmündig oder im Unklaren, dass sie nicht checken, dass das keine rentablen Geldanlagen sind? Ich meine, das sind ja auch keine Privatkunden oft. Das sind ja dann irgendwelche... Du, das meiste sind Privatkunden, Nando, aber weißt du was, trotz alledem, muss ich sagen, viele sind trotzdem in besseren Händen, als wenn sie es selber machen würden. Es nimmt schon ein bisschen, es ist eine gewisse, also ein Speedbump, es nimmt ein bisschen die Anlageentscheidung, wird ein bisschen weniger rausgenommen. Wenn der Markt 30% fällt, im Zweifel, dein Broker sagt dir, verkauf nicht. Heißt nicht, dass er dir nicht mal, dass er nicht einen falschen Fonds verkauft, aber im Zweifel sagt er, jetzt nicht verkaufen. Jetzt bleib dabei, bleib bei der Stange, investier noch mehr. Sagt er dir beim Höchststand verkaufen? Nee, auch nicht, weil dann sind sie alle auf dem gleichen High. Aber jemanden, der ein bisschen berät und sagt, vor sich selber schützt, ist schon eine gute Sache, würde ich sagen. Okay, dann brauchen wir schon was. Aber dieses Klischee von wo sind die Yachten der Kunden, was in diesem Buch geschrieben wurde, das würdest du auch sagen, das stimmt auch. Absolut, das ist mein Lieblingsbuch. Ja, ja, total. Okay. Ja, ja. Gut, dann haben wir das jetzt auch, dann hast du irgendwann aufgehört damit? Was war das Erweckungserlebnis? Das Erweckungserlebnis war, dass ich der schlechteste Verkäufer war, den Morgan Stanley je hatte. Dass ich wenig Kunden hatte, wenig Kundengelder und dass ich einfach auch wenig Spaß daran hatte, Leute irgendwas zu verkaufen. Dass ich, weil ich auch nicht gut drin bin wahrscheinlich, aber mich hat die Recherche interessiert. Das Investieren in Aktien und günstige, gute Aktien zu finden, die mehr wert werden. Das hat mich interessiert und das war der Kicker für mich. Und das ist es immer noch. Oh, cool. Also so ein Value-Gedanke, die Suche nach unterbewertenden Aktien, wo sehe ich was, was der Markt nicht sieht, so eine Geschichte. Und das hatte ich angenehm, und dann hast du irgendwann, hey, jetzt mache ich mich da selbstständig. Nun könnte ja der eine, wird auf die Idee gehen, in Amerika gibt es eigentlich relativ viele Aktien, wahrscheinlich Value-mäßig auch. Da könntest du ja bleiben können. Aber du hast jetzt gesagt, nee, ich will woanders tätig werden. Wie kam das dann? Du, das Problem war damals schon und ist heute noch mehr grundsätzlich und das ist auch der Grund, warum ich sage, warum, wenn du in die Emerging Markets investieren möchtest oder wo auch immer nicht, es ist sonst viel weniger Leute da. Es ist viel weniger Konkurrenz. Wenn ich mir den S&P 500 angucke oder den DAX oder nenne große Aktie, jeden Morgen wachen da eben Tausende von Portfolio-Managern, Analysten auf 10.000, 100.000 von Privatinvestitionen und gucken sich den Preis an, gucken sich die Nachrichten an und ich bin einfach zu doof, dass ich weiß, ich bin jetzt schlauer als die alle. Ich bin ich nicht. Ich habe nicht mehr Zugang zu irgendwelchen Managern, ich habe nicht mehr Ahnung, die Märkte sind einfach so effizient, dass ich, das für mich ist ausgeschlossen, dass ich da irgendwie fast null, absolut null und ja, keiner guckt irgendwie mal wirklich eben sich polnische Nebenwerte an, selbst wenn du hier 100 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt wohnst, das machen wir halt nicht. Du guckst ja eher, wir haben all diesen Home-Bias, wir gucken uns der Aktie an, wo wir sind und damals habe ich in einem Newsletter gelesen, dass eben Aktien in Vietnam wahnsinnig billig sind, gab es 20 Aktien und ich war einer der Ersten, der da war dann und dann habe ich die gesehen, habe gesagt, okay, die sind billig, die sind super günstig, die unter die Wirtschaft boomt, die Leute haben ihr gefallen, die waren wahnsinnig hungrig und habe die Firmen besucht dann vor Ort. Teilweise wollten sie gleich, dass ich in den Aufsichtsrat gehe, weil ich war das erste weiße Gesicht, was sie da seit dem Vietnamkrieg gesehen haben und dachten, ich weiß irgendwas, was die nicht wissen. Aber ich sage, ja, ich spreche noch nicht mal eure Sprache, ich bin total unqualifiziert. Was Aufsichtsrat wusste vielleicht, wenn du da sein wirst. Wenn du die Sprache nicht sprichst, das ist nicht hilfreich. Aber auf jeden Fall, habt ihr da investiert? Im Moment, jetzt musst du ja irgendwann die Idee haben, okay, ich will da investieren. Kapiert. Und dann musst du ja auch noch irgendwie dann anrufen und sagen, hi, Axel hier. Und dann sagen die, ja, ich will investieren. Und wie, ich meine, der muss ja irgendwie erst mal da Kontakt aufnehmen, muss dann auch irgendwie, die müssen ja auch sagen, ja klar, Axel, ich gebe dir Auskunft oder ich mache dir die Tür auf oder sagen sie, ey, nee, ich habe Besseres zu tun, als irgendeinem Typen, der hier angefahren kommt, irgendwie noch was zu erklären. Vielleicht erzählst du uns, wie du das gemacht hast. Du, es sind zwei Geschichten, aber ich meine, jetzt ist es für mich so, jetzt ist es einfach. Jetzt habe ich, ich habe Broker, ich habe Kontakte und ich habe zwei Fonds und habe Kunden, habe Gelder, nicht? Da sehe ich, ja, rufe meinen Broker an und ich bin jetzt, fliege nächste Woche nach Asien, bin dann da zwei Wochen und sehe Unternehmen in halbes, ja, was soll man, halbes Dutzend Ländern, nicht? Und da habe ich gesagt, hier, in Indonesien bin ich, ich möchte am Montag die und die und die Firmen sehen und in Manila möchte ich am Mittwoch die, die fünf Firmen sehen und in Vietnam, da habe ich Zeit und ich weiß nicht, was sagt ihr, schlagt ihr mal was vor und dann bitte organisiert die Meetings und dann ruft der Broker, was meistens auch die größte Bank ist, rufen dann die Firma an und dann sagen, hier, amerikanischer, deutscher Investor möchte mit einem CFO, CEO sich unterhalten und dann sagen, okay, super, passt. Und das ist einfach. So läuft es heute. So läuft es heute. Genau, praktisch, wenn du jetzt wieder rüberfliegst. Ja, ganz genau. Und wie lief es damals, weil das ist ja tatsächlich die Frage, da war ja, es geht ja schon los, woher kommt die Kohle eigentlich? Du, damals war es fast leicht, das war meine 20.000 Dollar eigene Kohle, die ich hatte. Mit 20.000? Fährst du hin und sagst, liebe Freunde in Vietnam, da kostet der Flug ja schon fast so viel, nein, nicht ganz, aber. Na du, was sollst, das war alles, was ich hatte. Und das hat gereicht? Das erzählt er uns ja jetzt. Du, was hat gereicht? Es läuft ja nicht, es läuft wie läuft's. Du fliegst hin, du fährst mit der, nimmst ja so einen Tuk-Tuk-Rikscha und dann sagst du, du hast die 20 Firmen, hast die Adressen und dann bin ich wirklich mit meiner Freundin, jetzt haben wir drei Kinder auch, dahin gefahren und haben gesagt, okay, hier, ich bin Axel, ich möchte gerne mit deinem Chef sprechen. Was? Deine Freundin war dabei und die hat auch gesagt, na klar Axel, machen wir doch zusammen, machen wir hier das Investoren-Couple. Die fände, die war natürlich saubescheuert, findet sie immer noch nicht. Ja, aber sie hat mitgemacht. Ja, du musst ja. Sie hätte ja auch sagen können, ich bleibe am Strand und du machst ja den anderen Kram oder keine Ahnung, was. Ich war vor diesem Podcast heute, als sie ihr gesagt, ich habe gestern gesagt, oh, ich habe morgen mein erstes Podcast. Oh, ich bin ja stolz auf dich. Wie lange denn? Meinst du? Ich so, weiß nicht, Stunde oder so. Oh Gott, wer will dich denn das anhören? Das ist ja schrecklich. Das glaube ich nicht. Da unterschätzt sie dich. Okay, also du bist dann hingefahren, sagst, ich will deinen Chef sein und dann sagen die, ja klar, hallo. Du, bei manchen funktioniert es, 20 Unternehmen, bei der Hälfte hat es funktioniert und da hast du den Chef gesehen und dann hast du probiert, dich zu unterhalten mit Händen und Füßen und hat dir die Holzverarbeitungsfabrik gezeigt oder hat dir die Terminals am Hafen gezeigt, die dir die Firma gehörte und bei anderen hast du keinen gesehen. Das war auch und sowas halt. Gut, aber jetzt hast du, die Bilanz kanntest du schon? Du, ich hatte drei Zahlen. Ich hatte nichts. Du hattest ein paar Zahlen und dann hast du die Menschen gesehen und jetzt fragt ja jeder, kann man daraufhin vertrauen? Weil man trifft ja im Leben viele charismatische Menschen, die vielleicht Charisma haben und die gute Verkäufer sind, aber bei der Performance hatten wir auch schon einige hier, die einfach einem Geschichten erzählen können. Da denke ich mir so, wow, man geht aus diesem Gespräch raus, ist noch ein bisschen enthusiasmiert, stellt aber irgendwann fest, ist halt ein begnadeter Verkäufer. All talk, wenig walk. Ist sowas da auch oder wie hast du das hingekriegt? Ja, also sagen wir so, da war es einfach, weil das waren alles noch halbstaatliche Unternehmen, da gab es kein Karas, mal kein gar nichts. Die Chefs waren, die hatten keine Art irgendwelche Aktien. So Apparatschicks, wie man sich das vorstellt, so wie Günter Schabowski, wie er da sitzt, gilt glaube ich ab jetzt. So, dieses Bild hat man dann über dem Kopf von Apparatschicks. Ja, aber grundsätzlich, wenn ich, wie gesagt, wenn ich heutzutage, ich teile deine Meinung, du hast, wenn ich Firmen besuche und je charismatischer der Chef ist, meistens ist es der Chef, nicht der Finanzmensch, und der sagt, oh, die haben ja diese geilen Visionen und diese Zukunft und der ist ja so ein cooler Typ und mit dem möchte ich jetzt jeden Abend Bier trinken gehen und da möchte ich teilhaben, desto inzwischen, desto vorsichtiger werde ich. Okay. Also ich glaube nur den Zahlen. Zeig mir das Cashflow Statement. Das glaube ich mehr, als wenn du sagst, oh, du hast diese Vision, was in drei Jahren passiert. Gut, aber warum musst du dann überhaupt hinfahren? Wenn du jetzt sagst, Cashflow Statement ist das, was eigentlich zählt, wieso dann sich diese schönen, diese charismatischen Menschen besuchen. Ja, nett, kann auch irgendwie bilden, bereisen, bildet, hat schöne Erlebnisse, aber warum machst du das dann noch? Also was ist der Vorteil dann? Der Vorteil ist riesig, was du da lernst und zwar nicht unbedingt, ob du denen vertrauen kannst oder nicht. Meine Menschenkenntnis ist nicht gut genug und im Zweifel glaube ich, ja, kann mich jeder bei dir das Ohr hauen mit was auch immer, mit Charme und Charisma oder falschen Zahlen. Aber... Vielleicht bist du gerade in einem Podcast hier. Nein, Scherz. Aber was... Hä? Nein, über das Ohr hauen. Wir haben ihn hier einbestellt und wollen eigentlich nur eine gute Anlageberatung haben, was da mal fällt. Klick. Ja. Was du siehst, ist, du siehst die Länder und wie die funktionieren und du hast den Riesenvorteil, wenn du eben mit als Investoren, Tourist dahin kommst, dass du wahnsinnig viel Zugang hast, zu wahnsinnig vielen Leuten. Also zum Beispiel, ich kann jetzt hier, wenn ich nach, was auch immer, nach Kenia an den Strand fahre, dann sehe ich da die Leute, den Bartender und die 30 Leute am Strand und ich weiß, von Kenia lerne ich absolut nichts kennen. Null. Ja. Ich weiß nur, okay, die Sonne ist warm, das Wasser ist warm und die meisten Menschen haben schwarze Haut. Okay, super. Aber das ist alles, was ich weiß. Und wenn du als neugieriger Investor dahin kommst, dann unterhältst du dich mit wahnsinnig vielen Leuten. Du siehst erst mal die Firmenchefs, du siehst aber auch die Mitarbeiter, du siehst, wie die wohnen, du siehst die Fabrik, du fragst, wo gehen eigentlich deine Kinder zur Schule? Was machst du eigentlich? Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Wo bist du ausgebildet worden? Du hinterhältst dich mit jedem Taxifahrer, der Englisch spricht, fragst, wie geht das? Wie mit jedem Bartender fragst du, hey, wie läuft das Geschäft heute mit jedem Marktfrau, die dich anspricht, fragst du einfach, du redest einfach und fragst, was passiert so? Und meistens, ich meine, du kriegst von Taxifahrern, erfährst du mehr über die Wirtschaft als von Zentralbankern, weil die einfach, die sind näher dabei, die sind dabei, direkt am Geschehen und dem will ich auch in Zweifel mehr vertrauen. Und das ist einfach, wenn du auf den Computer guckst und bei Bloomberg wo auch immer oder liest die Welt oder kriegst deine Informationen aus der Bildung, du weißt nicht den Unterschied zwischen Kasachstan und Kyrgyzstan. Du weißt nicht den Unterschied zwischen Bolivien und Peru. Wenn du nicht wirklich mal da bist und mit den Leuten sprichst und dann erfährst du auch wirklich, du siehst irgendwelche Zahlen, irgendwelche IVF-Statistiken, wie die Wirtschaft läuft und dann bist du vor Ort und dann siehst du, wie die Wirtschaft wirklich läuft. Und wie, wo kommt dann die Investmentidee her? Also klar, du hast die, erkennst die Hintergründe, die Unterschiede, hier sind irgendwie Ineffizienzen, die kann man im Zweifel heben. Wo ist denn der Punkt, wo du sagst, da ist jetzt ein Geschäftsmodell, da ist eine Investmentchance, eine Investmentidee, nennen wir jetzt mal Kenia. Vielleicht gab es da ja irgendwas, wo du gesagt hast, das war besonders spannend, nachdem ich mich irgendwie mit zwölf Taxifahrern unterhalten habe. Also grundsätzlich die Firmen, also der Investment Case, Nando, ist super simpel. Ich meine, das sind alles Firmen, Investments, da brauchst du eine IQ von 80 für, um die zu machen, was nicht viel mehr ist, als was ich habe. Das ist so einfach. Die Frau glaubt es auch noch, glaube ich. Du hast eine Brauerei, die hat 90 Prozent, 95 Prozent Marktanteil, hat ein KGV von 5 und 12 Prozent Dividende und wächst. Und dass du wächst, siehst du, draußen werden jeden Tag zwei neue Kunden geboren. Ich sage, was musst du wissen? Das ist einfach wahnsinnig einfach. Vielleicht können die sich nicht leisten, das Bier. Oder irgendwann gibt es einen Autokrat, der sagt, Alkohol verbieten wir mal. Da müssen sie irgendwie so wie Budweiser während der WM dann Budweiser Light verkaufen. Kann das nicht irgendwie sowas? Also ganz so einfach stelle ich es mir jetzt nicht vor. Doch, doch, ist so einfach. Ist so einfach. Ist so einfach. Ist so einfach, wirklich. So simpel. So simpel. Guck mal, ich habe zum Beispiel eine Brauerei gesehen, Murray Brewery in Pakistan. Und dachte, ich wollte mir die mal angucken. Dann bin ich nach Pakistan geflogen. Und dann dachte du, ups, da komme ich gar nicht hin, weil Überschwemmung ist. Nee, es gab nirgends Probier. Es war ein totales Alkoholverbot im ganzen Land. Und ich dachte, ich habe nirgendwo das Produkt gesehen. Ich dachte, na gut, da muss ich nicht investieren, weil das ist total trocken. Das ist wie Saudi-Arabien oder sowas. Und im Gegensatz dazu bist du eben in der Brauerei in, wie gesagt, von Inbev oder wie immer, die haben ja, der letzte Name ist in Ecuador. Also triffst dich mit denen, sagt westliches Management, sind aber im ganzen, weil die im ganzen Inbev-Konzern groß geworden sind und da von Land zu Land gehen. Super Effizienz und die Aktien sind genauso günstig bewertet, wie ich es beschrieben habe. Und dann frage ich, okay, und was ist euer, wie ist euer Marktanteil oder wie viele Mitbewerber gibt es? Und sage, ja, wir sind, ich habe das Monopol, sagte, nein, wir haben nicht das Monopol, wir sind der Dominant Market Player. Ich sage, was heißt das? Das heißt, wir haben 95% Marktanteil. Ich sage, okay, und wer sind die anderen 5%? Das sind Importe, die sind aber eigentlich zu teuer. Ich sage, also habt ihr das Monopol. Ich sage, nein, das sagen wir ungern, das Wort. Du hast alles, was du wissen musst. Saubere Bilanz, Jahre profitabel und dann musst du nicht wissen über... Es könnte auch der nächste Gesundheitstrend kommen, die Leute wollen kein Bier mehr trinken oder es passiert Folgendes, das Land steigt auf und auf einmal ist das ausländische Bier, das musst du dir leisten können, das willst du dann trinken und nicht die heimische Plörer. Weiß ich nicht, ich bin aufgewachsen in Leipzig, da gab es Sternburgpilz, läuft immer noch im Westen auch, aber weiß ich nicht, vielleicht sagen die Leute irgendwann, ich fühle mich reicher, ich will keinen Sternburgpilz mehr trinken und dann hast du aber mal Marktanteil nur noch 80, 70 und dann geht es runter. Das kann doch passieren. Also ja, dann verkaufst du die Aktien, nicht? So ist es. Das ist Pech, nicht? Heißt nicht, dass jede Aktie steigt, die ich habe, Gott bewahre. Was war denn mal so ein Case, wo du tatsächlich negativ überrascht gewesen wurdest, dass da irgendwie es Entwicklung gab, die man nicht vorher sehen konnte und wo fast ein totaler Hereinfall war? Wird es ja gegeben haben. Du, die großen Verluste waren eigentlich die meisten, die größte Enttäuschung waren, dass Aktien einfach nicht gefallen sind, dass ich eben diese, diese was auch immer, Brauerei oder in Ecuador eine Supermarktkette gefunden habe, die super günstig waren und das Geschäft ist so und wächst jedes Jahr seine 5, 7 Prozent und dann die Währung verliert, aber auch jedes Jahr 5, 7 Prozent und nach 5 Jahren irgendwie hat die Aktie, ist sie immer noch genauso billig wie vorher und dann bist du einfach frustriert und verkaufst oder 20 Prozent billiger, keine Ahnung. Das sind so die großen Sachen. Es ist, weißt du, die Firmen, die ich kaufe, sind einfach so wahnsinnig langweilig. Ich meine, absolut langweilig und ich suche langweilig. Also das ist auch nicht sexy, Wachstum, XY. Nicht die letzte TikTok-Plattform in, weiß ich nicht, in Brunei? Nee, eben, das alles nicht. Ich habe nur Firmen, die sind wirklich hochprofitabel, machen es schon immer, zahlen meistens Dividenden, wachsen ein bisschen und da ist einfach wenig Überraschung, wenig Schulden. Also wie gesagt, diese ganzen Aktien, du guckst dir an und sagst, natürlich kaufst du die, ist logisch. Wenn du die Firma siehst, wenn ich dir nur die Bilanz zeige, das KGV und was auch immer, diese ganzen Sachen, sagst du, natürlich kaufe ich die, aber dann sage ich, oh, aber übrigens, die handelt in Ghana und dann sagen, okay, dann fangen wir an zu reden, dann sagen, okay, vielleicht ist es eben nicht New York, es ist nicht Frankfurt und vielleicht ist diese Firma in Ghana, vielleicht ist das zu Recht, dass die niedriger bewertet wird, vielleicht ist es auch zu Recht, dass sie spottbillig bewertet ist. Genau, cheap for a reason, wie es so schön heißt. Also wenn man jetzt hier auf solche Aktien immer schaut und guck mal, das ist irgendwie eine ghanaische Pelle, dann heißt es immer, ah, schwer investierbar, kommt man nicht ran und was auch immer. Wie machst du das? Ich meine, du bist vor Ort, also du wirst ja, man wird ja investieren können. Welche Schwierigkeiten bringt das mit sich beziehungsweise wie investiert man dann beispielsweise vor Ort am besten? Fragst du jetzt für mich persönlich oder für eure Hörer? Nee, schon für dich. Für dich und für die Hörer. Vielleicht sagst du dazu, okay, du wirst wahrscheinlich über deinen Broker, die dann handeln und irgendwie wird das funktionieren, aber kann das auch ein europäischer Investor, kann das auch ein normaler? Kann er auch, auf jeden Fall. Und ich habe es persönlich gemacht, wie gesagt, ich habe eine Firma, so eine Brauerei, SAB Miller genauso, war super billig gefunden in Mosambik. Okay. Bin dann nach Mosambik geflogen, habe für mich selber, die war zu klein, zu illiquide, dass ich die für den Fonds kaufen konnte, habe die für mich selber gekauft. Bin da hingegangen zu Stanbik, Stanbik Banker, habe gesagt, hier, ich möchte gerne ein Konto öffnen und Geld überwiesen, Aktien gekauft und fünf Jahre später oder was auch immer mit Profit verkauft. Und das jetzt nicht für den normalen Menschen? Sag mal, eine Aktie, die man auch normal hier über, weiß ich nicht, kommt direkt, vielleicht nicht unbedingt über Trade Republic oder vielleicht bei Comdirect oder bei Consors oder bei den, oder ING, bei den größeren Brokern, die man kaufen könnte. Ich habe, also grundsätzlich diese Märkte, ich vermute, ich weiß nicht, wie du da handeln kannst, ich vermute nicht, aber das ist auch, was ich mache, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, ich gehe da hin, wo keine Konkurrenz ist. Wenn es da ADRs in London gibt und New York, dann kann dir fast jeder kaufen. Aber ich habe auch ein, zwei in London, ein, zwei ADRs und ein, zwei Firmen in Frankreich zum Beispiel, die Total Raffinerie, Total in Gabon das Geschäft. Das Symbol ist, wenn du jetzt guckst, ist ECFP und habe die seit, ja seit über einem Jahr, haben eben, haben in Gabon das Monopol, die meisten Aktien, die Aktien gehören zum großen Teil der, Total, Total mit der Regierung von Gabon, die du dann ja auch mit dem Boot haben willst, dass es da keine Interessenkonflikte gibt und wenn du KGV anguckst, das sieht nicht so attraktiv aus, weil das eben, wenn es Cashflow ist bei Ölfirmen, manchmal ist es meistens wichtiger, aber haben diese, was immer, siehst du nicht, 35% Dividende und die habe ich auch schon gekriegt in den letzten zwölf Monaten. Der Aktienkurs hat sich nicht verändert und das Ganze in französischen Franc. Das ist zum Beispiel, eine andere Firma in Frankreich ist ESSO, aber das gehört, es ist Super Value, aber es gehört zu Exxon Mobil. ECFP ist das, das Symbol und das ist eine Firma, Marktbewertung ist ungefähr 700 Millionen oder sowas. Aber ETFP ist die, ist Total Energy, ist EP. ES, Entschuldigung. ESFP. ES, ja. Ecosam. Okay. Okay. Und ESSO Francais. Ja, die meist 80% oder sowas gehören der Exxon Mobil, der alte Rockefeller Firma. Ja. Und, naja, Marktbewertung ist 700 Millionen. Ich habe im letzten Jahr eine Milliarde verdient. Ich habe ein KGV von unter eins, haben keine Schulden, weiß nicht, halbe Milliarde oder sowas in Cash. und das sind solche Sachen, wie gesagt, musste kein Genie sein und es sind keine schwierige Entscheidungen, musst nur hoffen, die ist schon immer billig. Ich meine, ich habe sie gekauft und seitdem habe ich Geld verloren, weil das KGV von, von was hier, von 0,8 auf 0,6 ging, oder was auch immer es ist. Es ist einfach, wann die die Dividende zahlen, keine Ahnung. Das ist eine Firma, weißt du, wenn ich zu irgendeiner kleinen Firma in Indonesien gehe, die reden mit mir oder auch eine große Firma in Indonesien, die Blue Chips, da rede ich mit dem Chef. Da brauche ich gar nicht anrufen bei ESO oder bei Exxon Mobile, genauso wie bei Microsoft. Da rede ich mit irgendeinem Investor Relations Department, die sagen mir nicht, was ich nicht irgendwo anders auch lesen kann. Jetzt sagst du ja, du brichst in der kommenden Woche nach Asien auf, Vietnam war dabei. Und was ich mich immer gefragt habe, Vietnam gilt ja, müsste ja eigentlich einer der großen Profiteure davon sein, dass jetzt Unternehmen sagen, ah China, alles in China, das ist mit so Klumpen risikomäßig, Apple versucht ja auch einen Teil auszulagern nach Vietnam und da haben sie angeblich jetzt schon ganz schön viel oder nach Indien. Aber der Markt in Vietnam ist überhaupt nicht gelaufen. Und man denkt sich so, wie kann das sein, dass eigentlich ein Land, was jetzt profitieren soll, davon, dass mit den Menschen kritischer auf China gucken, nicht läuft? Das Land hat wahnsinnig profitiert. Ich meine, seit ich da war, das erste Mal war vor, ja, wann war es 2002, vor 20 Jahren, da waren alle noch mit dem Fahrrad gefahren und mit kleinen Dreirädern und mit Mopeds und das war es. Und dann kamen die, dann kam alles nur noch Mofas und die Fahrräder, sie waren verboten auf einmal in Saigon und dann wurden die Fahrräder, wurden abgesetzt durch Autos und dann hast du die kleinen Toyotas gesehen und heute siehst du mehr Reus Reus als in München und Berlin da. Gigantischer Wachstum, also es ist wirklich phänomenal, was das Land geschaffen hat. Die Börse, ja, hat sich enttäuschend entwickelt und ich... Da verdienen die Leute aber nicht die Börse. Ja, ich merke schon, da scheint die Geldallokation eine andere zu sein. Man muss ja immer wissen, ein Wachstum kann ja auch dazu dienen, dass das ganze Geld irgendwelchen Klicken, irgendwelchen... Man weiß ja nie, wer kriegt jetzt die Kohle und auch in China denkt man ja manchmal so, ja, wenn die Partei es will, darf ich auch ein bisschen mitspielen, aber wenn die Partei es nicht will, dann muss halt Firma X eine große Sondersteuer bezahlen oder macht freiwillig eine Spende für die harmonische Gesellschaft, damit es ein bisschen schöner wird. Das sind ja alles so Sachen, wo ich mich frage, hm, und wie kannst du das mit deinem Besuch irgendwie... Sag mal so, pass auf, Vietnam ist anders. Und zwar Vietnam ist, oder guck mal, das andere Gegenbeispiel, ist die USA, ein Markt, wo der super gut lief, wo die Firmen extrem profitabel sind, aber als jemand, der da 20 Jahre gelebt hat, oder 25, keine Ahnung, muss ich sagen, warum ist das so? Weil die Firmen verdienen einfach zu viel Geld. Als Bürger der USA wirst du ausgenommen. Ich zahle wesentlich mehr für die Krankenversicherung, als es hier kostet. Das ganze System ist wahnsinnig teuer. Ich zahle mehr für meinen Mobilfunkvertrag, ich zahle mehr für meinen Fernsehen, ich zahle mehr für alles, 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 weil die, es gibt ganz wenig Konkurrenz nur und die ganzen, deshalb sind die Firmen wahnsinnig profitabel. Also ich meine... Genau, wenn man sich das mal anguckt, S&P 500 oder im DAX, die S&P Gewinnmarge ist wesentlich höher. Ja, die Wettbewerbshüter haben total geschlafen. Es gibt immer weniger Firmen, die das machen und es ist ein Skandal. Deshalb sind die deutschen Aktien auch nicht gut gelaufen. Du hast halt, die Firmen hier sind nicht so profitabel. Okay, also Deutschland ist ein Land zum Leben und Amerika ist ein Land zum Anlegen und jetzt kommen wir zu Vietnam. Was ist da jetzt? Was ist da Sache? Also der vietnamesische Aktienmarkt ist grundsätzlich, hat sich schlecht entwickelt. Erstens, es ist sehr zyklisch, geht extrem hoch und extrem runter, weil die vietnamesischen sind Zocker. Die haben das ernste Geld, ihr richtiges Geld haben sie in Immobilien und die Aktien ist mehr so ein bisschen... Spieltippo. Das ist das Spielgeld. Okay, Spielgeld. Die ganze Börse, ein Casino. Aber ja, würde ich sagen. Es ist wahnsinnig viel auf Kredit auch und wenn es fällt, dann fällt es halt. Und dann kommen die Margin Calls und die ganze Sache. Aber dazu kommt noch, dass die Firmen auch wenige wirklich an Profi... So waren sie profitabel sind trotz dieses Wachstums. Der Markt ist super competitive. Du hast sehr gut ausgebildete Menschen, Vietnamesen, aber auch Vietnamesen, die wieder zurückkommen aus den USA, aus London. Die darf westliches Know-how mitbringen. Meiste gibt es inzwischen vor Ort. Es gibt viel Kapital und die sind wahnsinnig hungrig. Das heißt, jeder, wenn irgendeiner irgendwie einen Vorteil hat, viel Geld verdient, dann kommt die Konkurrenz und macht das gleiche... Und arbitragiert das weg. Das ist so ein perfekter Markt, wie wir das hier eigentlich im Studium gelernt haben. Den gibt es ja. Absolut. Und deshalb, wer bleibt auf der Strecke? Die Investoren, die da probieren, Geld zu verdienen an Aktienmärkten. Weil einfach die Firmen nicht langfristig stark wachsen und stark Geld verdienen. Was gut ist für die Menschen. Warum fährst du denn überhaupt hin? Dann sagst du, okay, das Land habe ich verstanden, wird nichts für mich, nehme ich, brauche ich auch nicht hinzufahren. Warum soll man dann Vietnam machen? Du, man soll es gar nicht machen. Aber ich habe es dir, was ich dir in drei, gerade in drei Minuten gesagt habe, habe ich 20 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Du siehst es. Das ist mal ein Mehrwert hier. Ja. Ich war zwölfmal da im Land, bis ich es verstanden habe. Warum funktioniert denn das nicht? Ich sehe, das Land wird reicher. Du fliegst am Freitag hin und eine Woche später fliegst du weg und da, wo eben noch so ein kleiner Suppenladen ist, ist jetzt Starbucks und da gibt es auf einmal ein neues Hochhaus, was es vor zwei Wochen noch nicht gab und du denkst ja, warum verdiene ich ihnen kein Geld? Gute Frage, genau. Das heißt ja dann aber auch, in Vietnam wirst du dich nicht so lange aufhalten. Doch, wird er ja länger, aber da wird er vielleicht nur gucken. Aber dann wahrscheinlich doch am Strand. Du, ich bin in Vietnam nur, ich bin am Freitag und gucke mir Firmen an und am Samstag bin ich da und dann weiß ich, das ist immer noch ein billiges Land und für zwölf Dollar kannst du Mittagessen, Essen, Bier und eine Massage für zwölf Dollar. Dann ich sage, okay, das ist noch ein guter Tag. Dafür kann man mal einen Stopp machen. Bevor ich dann abends weiterfliege. Genau. Und wo fliegst du denn hin? Weil wo sind sozusagen die Chancen größer? Genau. Wo werden die Leute ausgenommen und man kann als Aktionär was gewinnen? Jetzt muss man mal die Länder kennenlernen. Ah, ich liebe diese Vorurteile wieder. Nein, wir müssen es ja ein bisschen einfacher machen, ein bisschen Holzschnittartig. Ich gebe zu, man könnte natürlich jetzt hier fünf Stunden das irgendwie versuchen abzuschichten und philosophisch zu erklären und ich will auch gar nicht für Ungleichheit hier plädieren oder für sonst was. Also wenn ihr jetzt, es gibt ja viele Menschen, die hören dazu und sagen, der Kapitalist, der Zschäpitz, bin ich überhaupt nicht. Ich bin aufgewachsen im Osten. Ja. Ja, vielleicht musst du was kompensieren? Nein, überhaupt nicht. Nein. Komm. Ich finde, also wir schauen, es ist ja interessant, also Vietnam, den Vietnamesen geht es grundsätzlich gut, an der Börse lässt sich wenig verdienen aus den Gründen, die Axel gerade genannt hat. Wo sieht denn das anders aus? Indonesien mag ich sehr gerne. Das ist ein Land, was sich, was wächst, was Rohstoff hat, was eine große Bevölkerung hat, sehr technologieaffin ist und demografisch auch sehr attraktiv. Ich meine, das Land hat viele Chancen, hat einen Präsidenten, der auch sehr, eine Vision hat für das Land und das hauptsächlich ist das Land, das ist so, dass für die ganze Elektroenergie-Transformation möchte das Führende sein, in den, dass da die Mineralien davor abgebaut werden und auch dann der Raffinerie-Prozess, irgendwann mal kommen diese ganzen Sachen. Das ist ihr Ding, weg von der Landwirtschaft, weg aus der Kohle und diese mehr, ja, was als Zukunftstechnologien gehypt wird, wenn du eben das Zeug hast im Boden. Stimmt, die wollen sich jetzt ja auch bei Lithium, da bringen sie sich ganz groß ins Spiel, nicht nur als Lieferant, sondern wollen die ganze Industrie dann gut, aber jetzt ist ja die Frage, jetzt wissen wir die Vision und können wir da als Anleger was verdienen? Das kann ja trotzdem sein, dass es trotzdem so wettbewerbsfähig ist und trotzdem, wie wir da nichts verdienen können, trotz Vision. Nee, aber die indonesischen Unternehmen sind profitabel, sind wachsen, ich habe auch relativ viele davon und... Kennt man viele Banken bisher? Ja, die Banken sind gut, aber bei Banken hast du natürlich immer ein bisschen ein Limit, wie viel sie wächst und wenn die Bank viel wächst, dann weißt du, dass sie irgendwas machen, dann sind sie zu aggressiv, dass das Geld alle dann, dass sie wahrscheinlich dann irgendwann hops gehen. Okay. Du kannst ja, eine Bank kann nicht viel mehr wachsen als das Eigenkapitalrendite, ohne, sonst geht es in mehr Leverage ein und deshalb, die Banken sind wenig, interessant sind ein paar kleinere Finanzfirmen, die dann, BFIN ist eine, wenn du gucken willst, B-F-I-N-I-J, die machen für, ich habe mir den auch vor ein paar Jahren mal getroffen, die machen Finanzierung für Mopeds. Eigentlich ganz, ganz einfach, das sind so Geschäfte, was die Banken nicht machen wollen, weil es lohnt sich nicht, sind nur, was ich, 500.000 Dollar. Hier finde ich nur eine Anleihe, BFIN, B-F-I-N, richtig? Ich glaube, ja. Und dann finde ich aber nur eine BFI, Finance Indonesia Anleihe, Anleihe, aber, äh, ich glaube, es gibt hier nämlich Live-Beratung, wollen jetzt eine gute Idee haben. BFIN, B-I-J eher. Das ist das Top-Fintech. B-FIN, I-J. Ach, I-J, ich habe B-J gemacht. I-J, Entschuldigung. I-J. Okay, gut, ja, da finde ich es. Also, wenn du hier guckst, das ist eine Firma, die, die wächst. Die Aktie nicht. Nö, Aktie nicht, aber du, Aktie ist egal. Ich meine, wenn die Firma wächst, die Aktie kommt, das kommt hinterher. Ob die Aktie jetzt in einem Quartal oder zwei Jahren gewachsen oder gefallen ist, ist egal. Wichtig ist operativ, dass die Firma mehr Geld verdient und wächst und die Margen stabil bleiben. Die Aktie, irgendwann, irgendwann holt sie auf. Obwohl, jetzt sieht man, wenn man längerfristig, wenn man auszoomt, wie es immer so schön heißt, zoom out, dann langefristig ist die besser gelaufen. Das wäre jetzt so eine Sache, wo du sagst, ja, das ist. Mit denen treffe ich mich dann, wenn ich in Indonesien bin, ja. Das ist eine. Es gibt gerade auch eine Kohleaktie kaufen dort, die auch günstig ist. Gibt da viele verschiedene Sachen oder eine Firma, die machen medizinische Tests, so nicht nur Covid, sondern eben auch alles andere für Bluttests und solche Sachen. Da habe ich investiert und gibt ein... Sag mal, gucken wir auch mal nach. Also Kohle wäre jetzt nicht so mein Ding. Was heißt, du hast einen Medizintest, du klingst doch nach, nur. Kann ich dir, kann ich dir zeigen. Ich muss mal ganz kurz das PTBA ist, glaube ich, das Symbol, wenn wir hier schon mal am Fachsimpeln sind. Ah ja, Bukit Assam. Ja, PTBA. Okay. Also kommen wir live, schauen wir uns die Aktien mal an. Geht auch noch. Nee, das ist der Kohlefirma. Ach, das war jetzt die Kohlefirma. Die wollte sie nicht haben. Oh ja, ach nee. Ja, ja. Was soll ich denn meinen Kindern sagen? Was sagst du deinen Kindern? Wenn die dann sagen, ey Papa, wie hast du dein Geld verdient? Dann sagst du, ja, es war die Firma Bukit Assam, die haben noch ein bisschen für wärmeres Klima gesorgt. Du, aber ich meine, wir können diese ganze ESG-Sache, es ist ja, ich meine, das ist ja ein grundsätzliches Problem, von dem, dass wir jetzt gehen auf eine Welt, die von dieser, und jetzt wäre es Stromerzeugung oder Mobilität, die von sehr brennstoffreich auf sehr materialintensiv, brennstoffintensiv auf materialintensiv geht, nicht? Und ich meine, das ist grundsätzlich für die ganze Welt ein Riesenproblem. Und dieses Ganze, wo kommen die Elektroautos her und mit, okay, was ist nachhaltig? Also ich habe da Riesenprobleme mit. Und im Zweifel ist, würde ich sagen, ist nichts davon, ist nichts nachhaltig, was wir hier machen. Okay. Also, aber dann wäre ja schon eine Idee, wenn du sagst, dann müsste man statt einer normalen Kohleaktion hätte man einen Minenbetreiber. Das wäre dann so die... Würde ich... Du, klar, aber es wird ja alles gebraucht, nicht? Ich meine, das ist ja, wir brauchen ja, wir wollen weg von diesen fossilen Brennstoffen, aber im letzten Jahr wurde doppelt so viel Energie mit Holz gewonnen wie mit Wind und Solar global. Also wir kommen einfach nicht weg. Und jede Energiequelle, die dazukommt, wir brauchen ja als Menschen immer mehr, immer mehr. Wir sind ja total abhängig von Energie. Und wenn du weniger Energie haben willst, dann geht es eigentlich nur durch weniger Wohlstand. Wohlstand ist fast per Definition Energie verschwenden. Das klingt ja fast wie Ulrike Herrmann mit ihrem Buch Der Kapitalismus wird sich irgendwann, müssen wir abschaffen, weil sonst, weil er halt immer ressourcenhungrig ist und immer mehr will und das halt nicht funktioniert. Ja, das stimmt natürlich, dass das der Kapitalismus macht. Aber gut, du warst im Kommunismus, Sozialismus ist nicht, dass da die Seen oder die Luft sauberer waren. Das funktioniert auch nicht. Wir Menschen machen das schon seit den letzten, was auch immer, fünf Millionen Menschen, haben wir jedes Tier, was es so gab, was groß genug ist, haben wir ausgerottet. Jedes Mammut und Segeltieger und was auch immer. Und wir haben, in Sizilien hat es auch Wälder. Und das war vor Kapitalismus, Kommunismus, das sind einfach Menschen. Wir sind einfach sehr rohstoffintensive, hungrige Tiere. Leider. Okay, gut. Dann verlassen wir das besser, dieses Terrain. Ich ziehe mich jetzt runter. Ja. Gut, du bist jetzt in Indonesien. Jetzt hast du ja schon die Idee mit der Kohleaktie. Dann hast du die Idee mit dem Finanzierer. Dann kommen noch ein paar Ideen aus Indonesien, damit wir uns mal ungefähr vorstellen können, was du dann da machst. Und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählen, es gibt ja auch unter ESG-Gesichtspunkten wahrscheinlich wieder Geschäfte angebahnt werden. Wieder so, wieder so, hat man ja auch so Vorstellungen, dass man da mit den Leuten saufen gehen muss in bestimmten Ländern. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, wie dann da so ein Treffen abgeht, damit man mal weiß, wie unter europäischen Vorstellungen wahrscheinlich würde man denken, das wäre jetzt nicht mehr konform mit einer guten Governance. Ja, also es gibt alles und es hängt stark ab vom Land. Wenn ich jetzt nach, was auch immer, ich fliege nach Chile und dann treffe ich mich da, damit habe ich meinen ganz normalen Termin und dann sagen die, okay, super, hier bin wir, das sind wir, das machen wir und nach einer Stunde bist du weg und fährst mit dem Taxi zum nächsten Unternehmen in Santiago. Das ist das Normale. Okay. Aber ich habe es auch schon erlebt, erlebt einmal, das war, habe ich eine chinesische Firma getroffen, ich war auf meiner Hochzeitsreise, wo meine liebe Frau dann mit mir mitkommen durfte. Oh Gott, die junge Frau. Ja, die hat schon mal gesagt, oh Gott, jedes Land, wo wir gehen müssen, wir erstmal zur Bank gehen, weil wir da ein neues Konto eröffnen müssen. Um die Aktien zu kaufen. Ja, klar. Und da war es dann so, die haben gesagt, oh erstens, wir zahlen für den Flug. Und ich dachte, nee, das möchte ich schon mal gar nicht. Das ist schon so ein Schuldgefühl, das du hast. Und dann haben wir uns diese Firma angeguckt, das war irgendwie im Norden von China, die macht so biologische Düngemittel. Und dann so, okay, wir gucken uns die an, hier sind, wie viele Mitarbeiter? 200. Ich sage, wo sind die alle? Sind alle in der Mittagspause? Ich komme her, China, alle 200 in der Mittagspause. Ich sage, okay, gut. Ja, wir bleiben ein bisschen, die kamen nie wieder. Ich sage, wo sind sie denn alle? Das ist Nebensaison. Ich sage, wann ist denn Hauptsaison? Naja, und dann auf jeden Fall, und dann mit dem, dann von da ging es dann, Firma gezeigt und die ganzen Blödsinn, und dann von Mercedes S-Klasse ging es dann ins schickste Restaurant in der Stadt. Ja, und dann war nur, dann wurde nur eine Runde Schnaps nach der anderen da ausgeteilt. Irgendwann hat meine Frau gesagt, okay, ich bin jetzt schwanger, ich trinke gar nicht mehr. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich trinke jetzt nur noch Bier, wenn ihr Schnaps trinkt. Aber das ist auch so, nicht? Und dann kriegst du das, und das ist diese Festgemahle, und alle lachen und freuen sich, und am nächsten Tag musst du dabei sein oder nicht, aber das ist eben. Aber es ist wie im Film, das ist da wirklich noch so. Du in manchen, guck mal, es kann gut sein, dass ich jetzt da hinkomme, und da passiert das nicht. Es kann aber genauso gut wie sein, hier sagen wir, ja, lass uns, wir treffen uns hier alle, und abends gehen wir noch ins schicke Restaurant, und die Karaoke Bar, und was auch immer, und dann machen die das, oder auch nicht. Also du hast beides. Du kannst es nicht über einen Kamm schliegen. Und wie gesagt, Emerging Markets, nicht Emerging Markets. Ich habe auch einen Freund, der war bei einem amerikanischen Unternehmen, der hat in Frankfurt gearbeitet, und die hatten in Tschechien ein Werk, wo die als Autozulieferer, und er meinte, das war unwahrscheinlich, was da die Tschechien veranstaltet haben, das war vor 15 Jahren oder so, das war noch total wilder Westen, dass die saßen da alle auf ihrer Weihnachtsfeier, und auf einmal kam eine Stripperin, und hat sich auf dem Tisch ausgezogen, und die Amerikaner sind so, ich habe gesagt, oh Gott, das ist die Karriere, die sind alle ganz schnell weggegangen, das kann das Ende meiner Karriere sein. Und klar, der tschechische Leiter, der war dann nicht mehr lange da. Das war das letzte Mal, dass er sowas gemacht hat, das war halt eben da üblich, und jetzt findest du es auch nicht mehr, jetzt findest du es suchst. Okay. Also es sind auch unterschiedliche Pflogenheiten. Welche Anlageregion, wenn du jetzt mal die Emerging Markets Welt mal kartografieren sollst, was wäre so die spannendste Region, wo du sagst, viele sagen ja, Asien wäre jetzt, wenn China wieder geöffnet wird, wäre Asien eine spannende Tiger wieder, andere sagen Rohstoffe, weil du ja von Rohstoffökonomie, dann ist es Lateinamerika, aber dann ist schon wieder da viel Populismus, und viel Regimewechsel, und man weiß nie so richtig, was man da hat, Peru ja auch mittlerweile, oder findest du, keine Ahnung, Osteuropa jetzt, wo die ja mal wieder EU-freudiger werden, und auch Gesetze wieder eher befolgen, und weil du ja vorhin auch von polnischen Aktien gesprochen hast, gibt es ja diese Supermarktkette Dino, oder wie sie heißt, die ist ja auch ganz groß geworden, gibt ja auch da noch Perlen. Wo würdest du sagen, was sind die spannendsten Regionen? Also, lass mal ausschließen. Sag mal, dass das doof ist. Also doof ist Lateinamerika. Wirklich? Ach du, das Problem ist da einfach, die sind relativ weit nach links, viele dieser Länder sind von Rohstoffen abhängig, und viele dieser Länder, die wollen keine Rohstoffe mehr produzieren in dem Maße. Und ich kann es Ihnen nicht übel nehmen, wir kommen mal wieder auf Elektromobilität, Lithium kommt ein großer Teil aus, der Regie aus den Anden, aus Chile, Bolivien, Peru, diesem Dreieck da, da kommt das Lithium her, die wollen es nicht mehr haben, weil das ist halt furztrocken da, und wo soll das Wasser herkommen? Die Lokalen, die Communities sagen, wir wollen das lieber trinken, als dass ihr, das braucht für diesen Minen an, weil das Minengeschäft ist wahnsinnig schmutzig, wahnsinnig durstig, und die sagen, wir wollen es nicht mehr haben, wir wollen auch keine neuen Minen haben, und ich kann die Leute auch gut verstehen, zu Recht, sind es die Leute, oder sind es auch die Regierungen, die sagen, wir wollen da raus? Es ist mehr die Lokale, es ist mehr die Indigenous Population, die Indo-Bevölkerung, die sagen, wir wollen das Zeug nicht mehr haben, und die haben inzwischen, Gott sei Dank, eine stärkere Stimme, dass sich da ein Minenkonzern nicht drüber hinwegsetzen kann. Genau, und das ist natürlich auch kein gutes Investmentklima dann. Ne, das kommt noch dazu, ich meine Länder wie Kolumbien waren mal sehr attraktiv, inzwischen ist das alles ein bisschen risikobehafteter, von Brasilien war auch mal sehr attraktiv, aber ist inzwischen der ganze Kontinent, mir fällt eigentlich kein richtiges Licht mehr an, wo ich sage, als Investor, da möchte ich hin, und auch wenn du da hingehst, die Länder sind nicht viel besser drauf, als vor 10, 15 Jahren, du siehst da nicht wirklich das Wirtschaftswachstum. Die Städte sehen noch ähnlich aus, eigentlich haben sie 10, 20 verlorene Jahre gehabt. Das liegt dann in schlechten Institutionen, dass sie einfach schlecht regiert werden? Ja, würde ich vermuten, zum großen Teil. Bist du da eigentlich trotzdem noch dort vor Ort, oder lässt du so ein Kontinent dann eigentlich auch für ein paar Jahre links liegen, weil du sagst, da finde ich sowieso nichts? Ich lasse es links liegen, ab und zu mal, vielleicht fliege ich mal hin, um kurz zu gucken, ob was ist, für ein paar Tage ist da was, aber grundsätzlich, ich lasse es links liegen. Und wenn das alles nicht so attraktiv ist, aber du hast Unternehmen, die trotzdem wahnsinnig billig sind, okay, gut, du wirst fürs Risiko bezahlt. Ich denke, jedes Investment hat einen gewissen Preis, egal was es ist, ob es jetzt eine Brauerei ist in Ecuador, oder ob es eine Garage, die du kaufen kannst in Berlin-Köpenick ist. Es gibt irgendeine Zahl, wo sie wahnsinnig billig ist, offensichtlich, und irgendeine Zahl, wo sie wahnsinnig teuer ist, offensichtlich. Und das ist, wonach ich gucke. Okay, jetzt haben wir die einen Region weg, jetzt sagen hier viele, Afrika, in Hoffnungskontinent, immer wieder, immer wieder, und immer wieder hat es enttäuscht. So, jetzt sagt uns, hat jetzt, kommt jetzt Afrika jetzt? Okay, die erste Nachricht, zur allgemeinen, gute Nachricht, zu deiner Bildung ist, Afrika gibt es nicht. Afrika ist ein Kontinent und kein Land. Afrika ist ein, Ja, wir denken immer so EU und denken dann immer in so größeren, Ja, selbst EU, Polen ist auch nicht Portugal. Ja, es ist, und Afrika ist auch anders. Also zum Beispiel, ich habe viele Investments in Afrika, weil keiner ist mehr da, er ist verschlafen, und du hast Firmen, gute Firmen zu sehr, sehr guten Preisen, aber klar, hast du viele Probleme auch? Ja, und Afrika eben auch, ja, reden wir Nord- oder Südafrika, Sub-Saharan-Afrika oder Tunesien, das ist auch schon, klar, die Leute sagen, ja, Tunesien ist nicht das echte Afrika, aber gut, Afrika, ja gut, in der Karte guckst du schon irgendwie. Jetzt haben wir Marokko gesehen mit der Fußball-WM und Marokko war so toll, kann die Wirtschaft vielleicht was? Keine Ahnung. Weiß nicht, okay. Ich war schon da, aber ich weiß. Okay, aber zum Beispiel, wenn ich in Afrika, ich habe eine Region, die ich grundsätzlich gerne mag, ist das französisch sprechende Afrika, aus dem Grund, die Währung ist an den Euro gekoppelt, die haben eine Währung und die ist an den Euro gekoppelt, wird von der französischen Central Bank gemanagt, das heißt also, du hast keine Inflation und indirekt mehr oder weniger, das ist ein Euro halt, nicht? Okay, und das ist ein Goldstandard, sagen wir mal, Senegal die Ecke oder was? Senegal, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Mali, die Ecke. Und das ist ein paar Banken, die sind sehr attraktiv. Grundsätzlich bei Banken, meine Theorie ist, dass je weniger, also so, je mehr Kinder ein Land hat, desto weniger können die Leute sparen, weil sie halt beschäftigt damit sind, Kinder zu ernähren und zur Schule zu geben, desto mehr Kapital fehlt, desto profitabler sind Banken, weil du hast, es gibt halt wenig Kapital im Land und das ist dann Angebot und Nachfrage, die Banken, die da sind, können viel für Kredite nehmen, müssen aber, können hohe Spreads machen, also das Gegenteil ist, eine deutsche Bank, wenn ich sage, eine Bank in Deutschland oder in Österreich, wo die Länder haben keine Kinder, es gibt Haufen Ersparnisse und die Banken verdienen praktisch kein Geld mehr und müssen dich schon, probieren dich schon zu zwingen, dass du nochmal einen Kredit aufnehmen willst. Okay, also das wäre jetzt eine Idee, was gibt es? Dann müssen ja die Banken in Nigeria so richtig reüssieren. Denen geht es auch gut, ja. Ich meine, guck mal, wenn ich hier ein Symbol euch mal angucken wollte, B-O-A-S-B-C, Bank of Africa Senegal. Ja. Und wenn du da, hat ein KGV von 5 oder sowas siehst du und wenn du dir dann auf die Financials gehst, dann siehst du, oh, guck mal. Ach, die ist schon in Afrika illiquide an der Börse, in der heimischen Börse sieht die schon sehr illiquide aus. Wie soll die erst hier sein? Hier ist sie gar nicht, kannst du nur an der heimischen Börse kaufen. Da musst du in Dakar auch ein Konto eröffnen. Absolut, klar, klar, wo sonst? Aber da haben sie eben, da siehst du, in den letzten, 2008 haben sie, was auch immer, oder haben sie um die 200 verdient und jetzt verdienen sie ungefähr um die 450 oder pro Kopf oder die, oder earnings per share, haben sie pro Jahr steigen sie 10, 20% und du kriegst dazu 8% Dividende noch. Also das ist so ein, wie nennt ihr es hier, Compounder. Compounder, genau. Das ist Compounder. Das ist Compounder und das ist eine Aktie, muss ich mir jeden Tag den Aktienkurs angucken? Nee. Aber ich weiß einfach, ich war da, habe mich mit denen getroffen. Meine mittlere Tochter geht in Osterferien nach, dahin nach Dakar, um Französisch zu lernen, wird da in der Familie gesteckt und dann werde ich nochmal hinfliegen, mich mit denen nochmal unterhalten. Aber das ist so Sachen, wo ich sage, okay, da muss ich nicht viel wissen, viel verstehen und das ist eine der führenden Banken und hast eben Track Record von ja, 10, 20 Jahren profitabel. Trotz großer Financial Krise, was auch immer, Ölpreise steigen, Fallen, Zinsen, Inflation, alles eigentlich egal. Du siehst, die Firma verdient einfach immer Geld. Aber seit sieben Jahren geht die Aktie eigentlich nur nach unten. Absolut, ja. Ja, super. Aber was habe ich jetzt davon? Jetzt hast du das Wohlgefühl, die machen eigentlich alles richtig, aber die Aktie macht nichts. Und vielleicht will nicht jeder, in Dakar ein Konto eröffnen, um die Bank zu kaufen, sondern dann bist du vielleicht der Einzige und dann nützt dir das gar nichts, dein Wissen. Oder glaubst du, irgendwann wachen die auf und dann läuft es? Ich glaube, irgendwann wachen sie auf. Okay. Ja, ich denke, das ist, weißt du, je billiger die Aktie wird, relativ zu den Gewinnen, es ist wie ein Gummiband, das immer weiter gespannt wird. Es ist einfach, die Appenbestimmung ist die Diskrepanz so groß und dann geht es zusammen. Was ich nicht verstehe, oder erklärst du uns, du bist ja sehr entspannt. Irgendwann geht die Aktie nach oben, hattest du vorhin schon gesagt, ja, müssen wir erst mal abwarten. Und ich habe da ja, was ist denn eigentlich mit deinen Investoren? Ich meine, die wollen ja auch irgendwie Zahlen sehen und sind die auch so entspannt und kannst du denen sagen, die Bank of Africa, Senegal, lass dir noch ein paar Jahre Zeit, irgendwann geht die durch die Decke? Ja, absolut. Was sind das für Leute? Ja, die sind cooler als ich auch, die haben mehr Geduld mit mir, als ich selber habe. Das sind welche, die haben wirklich die gleiche Einstellung, die denken langfristig, auch wenn ich missbaue, auch wenn meine Performance schlecht ist, über ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, die ziehen das Geld nicht ab, die bleiben dabei, die haben langfristig mehr Vertrauen in mich. Sind das Kuppels von dir? Nee, aber ernsthaft, die müssen geboren werden. Diese Menschen da geboren werden. Du, da geht absolut, ich meine, ich denke, es liegt vielleicht daran, du musst ein bisschen verrückt sein, um zu sagen, oh ja, Axel, der macht das alleine, der reist allein um die ganze Welt und der kauft die ganzen verrückten Ländern, Aktien, ich finde die noch nicht mehr auf der Karte, du musst, und der hat zwar einen leicht an der Waffel, aber irgendwie, ich finde die Story geil. Und das ist nicht so, und ich verkaufe auch nie, sagen, hier, du musst bei mir investieren, weil ich habe die beste Performance und ich bin so cool und sowas. Ich sage jedem, und ich habe oft diese, meine, meine Frau, ich bin ja ein Mannunternehmen, mehr oder weniger, eine kleine Firma, aber grundsätzlich, jemand ruft an und ich. Die Ich AG, Axel Ich AG. Ich sage denen dann, ich sage, ich sage, dann fragt, fragt Tina, warum, was wollte der denn? Ich habe ja, die wollte investieren. Und ich sage, warum hast du die ganze Zeit gesagt, die sollen nicht investieren? Deine Frau sagt dann. Ja, du musst den Leuten mal sagen, sie dürfen auch, nicht? Aber weißt du, ich rede den Leuten das aus, weil du musst wirklich, weißt du, das ist wie, als ich meinen Job bei Morgen Stanley gekriegt habe. Ich habe ihn gekriegt, weil ich war, habe immer wieder, ich möchte es wirklich machen. Und wenn jemand nur sagt, oh, die letzten drei Monate ist dein Fonds gestiegen und ich habe gerade was hier im Podcast gehört, bei Chepesch über Afrika und du machst Afrika, ich möchte jetzt investieren. Dann sage ich, nee, weißt du, weil ich habe Angst, dass du dann nach drei Monaten weg gehst. Wenn jetzt einer investiert, wenn ich die Performance schlecht ist, dann muss ich gar keine Fragen stellen. Das sind die richtigen. Wer investiert, wenn ich 30 Prozent verloren habe, okay, gut, die haben die richtige Einstellung. Aber grundsätzlich suche ich eben Leute, die genauso ticken wie ich und dann musst du natürlich zusagen, wenn ich, ja, Bank of Africa, Senegal, ja, klar, kann die nächsten drei Jahre fallen, nach unten gehen, ja, würde ich sie verkaufen? Nee. Aber es sind zwei, drei Prozent vom Portfolio, was auch immer es ist, nicht? Und wenn du eben nicht, nicht nur Bank von Senegal, wenn es nicht eben deine Position ist, sondern wenn es, wenn du hast 50 von der Sorte, irgendwann funktioniert es halt, nicht? Die Märkte sind ineffizient, die Märkte sind verschlafen, aber irgendeiner wacht, wacht immer, jedes Jahr wacht einer auf und irgendeine Aktie wird aus dem Donröschenschlaf geküsst. Du weißt vorher nicht, welche. Du bist immer für alle optimistisch, alle 50, aber manche fallen halt, manche steigen, manche 40 gehen seitwärts, aber du kannst sie trotzdem alle halten, solange operativ sich nichts verändert und dann... Was hast du denn für eine Umschlaggeschwindigkeit bei dir? Sehr gering, also ich habe praktisch im letzten halben Jahr, ich glaube, ich habe nicht eine Aktie gekauft oder verkauft. Du reist durch die Welt und machst dann gar keine Deals? Du oft... Was sagen dann die Investmentbanken, die machen ja in deinen Transaktionen Gewinn, die wollen ja nicht nur dein Portfolio halten und die werden ja noch sagen, Axel, schön und gut, aber deine Termine mache ich dir nicht, weil du irgendwie mein Kumpel bist, die mache ich, damit du mal ein bisschen Geschäft hier machst. Das stimmt, aber ich mache das wieder. Wenn du seit 19 Jahren dabei machst, dann haben sie genug Kommissionen gekriegt und das funktioniert. Das ist dann... Die denken dann eh nicht langfristig mit mir. Also die... Ich kriege da keine Anfragen nach der Reise. Hier, wir haben dein Mittagessen und deinen Chauffeur bezahlt. Jetzt zahl uns mal mit Kommissionen. Gut. Jetzt gibt es den Kollegen Deffner, der hat auch eine Afrika-Achse Jumia und jetzt könnte er genau auf die Idee kommen, das ist auch so eine Bank of Africa Senegal, die muss nur wachgeküsst werden, nur macht Jumia relativ viel Verlust und wird irgendwann wahrscheinlich, wenn sie nicht bald den Pivot hinbekommen, kein Geld mehr haben. Kennst du die? Ich kenne die vom Namen, ja. Und würdest du die kaufen? Was du sagst, verdienen kein Geld, oder? Nee. Ich kaufe nichts. Ist kein Value. Ist kein Value, genauso wie ich diese ganzen Aktien, wird auch keine Crowdstrike und diese ganzen Sachen, alles, was alles so sexy ist, mal war oder sowas, würde ich nichts davon kaufen, weil die verdienen alle kein Geld. Also bei dir ist das Grundding nicht nur Value, und man kann ja auch Value darin sehen, dass eine Aktion unterbewertet ist im Verhältnis zu anderen KPIs. Es muss ja nicht unbedingt immer Geld verdienen sein. Man kann ja auch sagen, da sind die Kunden besonders günstig bewertet oder da ist jetzt was anderes. Aber bei dir muss ein Unternehmen, da muss im Cashflow-Statement ein Plus sein. Du, ja, was interessiert mich? Klar, Netflix, wie viele Kunden die neu kriegen, was interessiert es mich? Wenn jeder Kunde, wenn sie ein Teuer kaufen müssen und wenn sie was auch haben, die machen, Netflix, 30 Milliarden oder so zum Umsatz, 27 Milliarden und geben 20 Milliarden aus für Videoproduktion pro Jahr. Und die sagen, ja, diese Videos, die haben viel Wert, aber die wissen genau, sobald wir aufhören zu produzieren, gehen die Subscriber zu Disney oder Hulu oder wie sie alle heißen. Also, nee, diese ganzen Stories und Subscriber ist mir egal, wie viele Millionen verdient das Unternehmen, Cashflow und wie viel muss ich dafür zahlen. Okay. Drei, vier, fünffache, zwanzigfache, was auch immer. Jetzt haben wir schon, Afrika hatten wir schon, was ist noch ausgeschlossen? Wir hatten ja die Ausschlussrunde, Lateinamerika haben wir schon voll ausgeschlossen, Afrika, da haben wir ein paar Länder gefunden, wo du sagst, die sind am Euro-Indirekt mit dabei, das ist okay, also man lernt, Währung ist ein Problem, wenn man sieht, beispielsweise Argentinien, wo jedes Jahr der argentinische Peso 40, 50 Prozent verliert oder Türkei. Türkei, was wäre denn damit eigentlich? Letztes Jahr der beste Markt, 112 Prozent in Euro. Alter, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Ja, ja. Tolle Demografie, gut, der Regierungschef, nicht so doll, aber vielleicht haben die ja andere Sachen, andere Qualitäten. Du, Türkei ist ein super Land, war oft da mit vielen, tolle Unternehmen, tolles Land, ich mag sehr gerne, Demografie passt, haben Riesenchancen, geopolitisch, ich meine, wo die liegen, ist unschlagbar eigentlich, ich meine, das sollte eine Weltmacht werden. Das kannst du ja auszahlen lassen, das machen sie jetzt ja auch. Machen sie auch, ja, ja, klar, das lassen sich für Flüchtlinge und was auch immer bezahlen. das ist ein Angebot, ach, wir könnten Gas abwärten, da könnten wir auch die Hand aufhalten, dafür kriegen wir es verbilligt. Sehr gut. Geostadt, politisch sozusagen zwischen den großen Mächten. Und jetzt aber die Frage, ist als Aktionär was drin? Also ich habe es mich nicht getraut, wegen Erdogan, deshalb habe ich mich nicht getraut, da was zu machen. Mit Diktator könnte ich, oder Autokrat. Ja, mit Diktator, Autokrat, aber ich denke auch, die Geldpolitik ist ein bisschen zu unkonventionell. So kann man es auch nicht. Aber Geldtrucken ist doch super. Du, umso erstaunlicher ist, dass der Aktienmarkt auch in US-Dollar oder in Euro gestiegen ist, nicht nur Lokalwährung. Das meine ich ja. Und du musst ja sehen, und jetzt sage ich, ich kann dir die Theorie, ich habe jetzt die Erdogan-Theorie nämlich mal genau durchdrungen. Ist doch klar. Ach, du hast sie jetzt? Ich habe sie durchdrungen. Okay, dann los. Ist ganz einfach. Wenn du niedrigere Zinsen hast, können die Unternehmen mit niedrigeren Zinsen expandieren, kannst Konkurrenz geben. Also du kriegst dein ganzes System, so konkurrenzfähig wie Vietnam. Und dann sinkt die Inflation wieder, was ja klar ist, weil du ja mehr Konkurrenz hast, es gibt weniger Gewinne und so weiter. Das wäre die Theorie. Komm, jetzt sag mal ganz doof ist sie nicht. Ich gebe zu. Nee, du. Ist ein bisschen unkonventionell, ein bisschen um die Ecke gedacht, aber könnte doch was sein. Du, grundsätzlich hast du recht. Ich meine, für die längste Zeit wollten alle Länder immer schwächere Währungen haben, um mehr competitive zu werden. Das war das Geschäftsmodell von Italien, sagen wir nicht, bevor es in den Euro eingetreten ist. Noch haben sie kein neues gefunden, aber vielleicht nicht. Nee, aber das ist das Problem. Jetzt haben sie den Goldstandard der Bundesbank und das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, wenn du Lira nicht mehr jedes Jahr abwerten kannst. Ist ein Problem. Also Abwertung ist grundsätzlich und das Modell Abwertung macht schon Sinn. Nur eben, wenn du Inflation im dreistelligen Bereich hast, dann macht es keinen Sinn mehr. Ich habe übrigens, ich fände gerade einen. Oh, jetzt roter deine Tasche. Ihr müsst ja, jetzt sind wir ja hier im Podcast. Ja, ich habe hier einen. Als Lobotrotter ist das natürlich ein Rucksack. Ja, ich habe euch ein. Wo ist das? Ein Souvenir mitgebracht. Ein Souvenir. Oh, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie das ein Compliance-Fall wird. Jo, das ist bestimmt Compliance. Souvenir aus Zimbabwe. Das ist zum Thema Inflation. Boah, der 10-Billion-Dollar-Schein. Die mussten ja irgendwann, ist die Inflation ja deswegen kaputt gegangen, weil sie das Papier für die Preise nicht mehr zahlen konnten. Ich glaube, deswegen ist die Inflation irgendwann eingegangen, weil die Papierpreise zu teuer waren. Da konnten sie kein Geld mehr drauflegen. Das sieht eigentlich seriös aus. Bis auf die vielen Nullen. Ich will es noch ein bisschen Türkei haben. Sag doch was zu Türkei. Ist das nicht was? Du, wahrscheinlich. Aber ich habe da nichts, was ich nicht... Ich weiß nichts, was du nicht auch weißt. Ich weiß, es gibt viele gute Unternehmen. Ich mag es gerne. Es war auch mal... Ich war da, da war es noch wesentlich fortschrittlicher. In keinem Land waren so viele Frauen, die die Firmen repräsentiert haben, wie in der Türkei. Aber ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jahre her, ob das noch so ist. Und ich habe... Nee, ich kann dir leider nichts... Okay, Türkei haben wir jetzt... Sind wir jetzt rumgegangen? Was würdest du noch ausschließen? Also Türkei ist... Du, Osteuropa. Ich würde Osteuropa grundsätzlich ausschließen. Schlechte Demografie. Ich meine... Ja gut, Polen ist... Ja... Ich meine, die sind alle fast genauso schlimm wie Deutschland. Und die sind alle am Aussterben, so wie wir hier auch. Und dann hast du eben wenig dynamische Unternehmen. Und das größte Problem, denke ich, was an den Börsen notiert ist, sind die unter... Nicht die Goldstücke, sondern als die Mauer fiel, die wirklich profitablen Unternehmen, die Zigaretten oder die Firmen, die Brauereien, die wurden alle von westlichen Firmen einkassiert. Und an die Börse kamen dann irgendwie die zweite und dritte Liga, die keiner wirklich haben wollte. Und das ist zum großen Teil immer noch... Aber Dino, das ist doch dieser tolle Discounter. Komm, sag mal. Ja, sicherlich. Sicherlich. Klar, Polen... Polen ist eine Ausnahme noch. Ich denke mehr an Tschechien, Rumänien, Bulgarien. Die haben ja gar keine Werte. Da hast du zehn Werte. Genau. Und die Hälfte davon sind irgendwelche Versorger. Das ist ja Mist. Aber Polen... Ja, wahrscheinlich, weil nicht mehr für übrig geblieben ist. Weil die großen... Spieleraktien. Läuft das nicht? Keine Ahnung. Ist nicht mein Exemplar. Ist nicht mein Ding. Ich habe sie mir angeguckt. Die waren sehr teuer. Und ich habe mir nicht weiter angeguckt. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe die Branche nicht. Gut. Dann sind wir... Also Osteuropa haben wir auch ausgeschaut. Haben wir noch irgendwas vergessen, Das sind die geilen Märkte. Sag mal die Top-3-Märkte, wo du sagst, da ist was zu machen. Und jeder, der dann Bock hat, kann sich mit 100 Jahren drauf hoffen, dass die Aktien wachgeküsst werden oder kann sich ein ETF für das Land kaufen. Sag mal drei jetzt. Nein, ich gebe keine drei. Drei Investment-Tipps. Sag keine Tipps. Sag vier. Oder fünf. Länder. Nichts. Du musst keine einzelne Aktien sagen. Sag mal einfach, du sagst, Indonesien, haben wir ja schon ein bisschen durchgehört, die haben eine Vision, obwohl diese politische Restriktion, die da jetzt gemacht worden sind. Das wäre ich jetzt auch nicht so sicher, ob ich da was haben wollte. Das ist ja eine sehr liberale Geschichte geworden. Aber vielleicht sagst du, ist kein Problem? Nö, du bist sicher. Ich bin selber ein sehr liberaler Mensch. Ich bin... Nee, es ist für mich ein Problem. Als Humanist und liberaler Mensch würde ich sagen, nee, absolut, das ist ein Problem. Finde ich bekloppt. Aber es ist kein Ausschlusskriterium, um da zu investieren. Sag mal genau, was passiert ist. Nee, du sagst genau. Genau weiß ich es nicht. Also es ist halt so, dass da die Gesetze verschärft worden sind, außereheliche, irgendwelche Sachen. Also man könnte beispielsweise, wenn du jetzt, wenn du da in ein Hotel mit jemand anders eincheckst, der nicht dein Ehepartner ist, hättest du schon ein Problem. Oder könntest du ein Problem haben. Also Sachen, wo du denkst, ach, weiß ich nicht. Komisch angelegen. Deswegen, gut. Aber Indonesien, trotzdem fände ich das Land gut. Also könnte man dann so ein ETF am Indonesien. Philippinen? Übrigens das Gleiche, was du sagst, ist auch der Fall in Vietnam. Vietnam darfst du auch nur mit verheiratet, wenn du verheiratet bist, mit jemand anders ins Hotelzimmer gehen. Vietnam? Deswegen, ich dachte, im Osten wäre das immer liberaler gewesen. Du, bei denen nicht, bei denen nicht. Nee, deshalb, ja, da. Da haben wir ja kein Problem mit. Manila sind Philippinen. Ja. Nehmen wir da ein Ding? Du, ich meine, okay, ein Land, Singapur, denke ich, hat auf jeden Fall, ist wahnsinnig reich schon. Und die waren schon immer wahnsinnig reich. Sie sind trotzdem, nicht schon immer, seit 30 Jahren und werden immer reicher. Und ich denke, es war so und wird gleich noch mehr für viele internationale Unternehmen so ein Standort sein. statt Hongkong, weil das zu China nah ist, sage ich, ich nehme Singapur. Aber die Idee ist auch schon etwas älter und so richtig Singapur. Ich weiß nicht, läuft das Ding? Ist das Emerging Market? Ja, es gilt mir als Emerging Market. Man denkt ja immer so, nee, wenn du dir die Stadt anguckst, denkst du dir so, boah, das soll Emerging Market sein. Das ist ja auch so ein Fall. Ja, klar, ist albern. Aber du hast Banken da, die gut sind. Würde ich da jetzt investieren? Nee, ich glaube nicht. Der ist ja wahnsinnig effizient wahrscheinlich, der Markt, oder? Die Small Caps sind nicht so effizient. Wobei das auch, die chinesischen Unternehmen, die sind wahrscheinlich das viele, viele Luke und Trug da, was in Singapur. Die Märkte sind nicht so, ist nicht so gut beaufsichtigt wie zum Beispiel Hongkong. Australien ist auch ein interessanter Markt. Ist kein Emerging Markets, aber von der Volatität her verhält er sich wie ein Emerging Market. Rohstoffabhängig, haben natürlich auch, klar, haben eine gigantische Immobilienblase hinter sich. Also, dass das alles, dass es ein Happy End gibt, will ich nicht sagen. Aber weißt du, grundsätzlich, ich gucke nicht so, das ist der Markt, ich suche nach Einzelaktien. Und wenn ich ein, zwei Unternehmen finde in einem Land, dann investiere ich da. Ich kaufe nicht den ganzen Markt. Ich kaufe keinen ETF und wenn ich acht Aktien, zehn Aktien sehe, die überbewertet sind, aber ich sehe eine, die interessant ist, dann macht das für mich interessant, aber wäre kein Grund, einen ETF zu kaufen oder sowas. Ich möchte jetzt nochmal, wir wollen ja auch ein paar Aktien haben. Du hast ja gesagt, viele Märkte sind dir zu effizient, da gehst du gar nicht rein, da siehst du nicht deine Chancen. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Meinung oder einen Blick auf so typische, große Emerging Market Klassiker, wo du sagst, okay, da gehe ich nicht rein aus den genannten Gründen, ist auch, weil es kein Value ist oder weil die Aktie sehr effizient gehandelt wird und ich da keine Ressourcen heben kann oder was auch immer. Aber fallen dir da welche ein, wo du sagst, beispielsweise, es gibt ja in China, gibt es ja wirklich viele große Unternehmen, die auch hier sehr präsent sind. Würdest du sagen, das ist grundsätzlich eine gute Aktie, kommt für mich nicht in Frage, aber das halte ich für ein spannendes Unternehmen? Nee, zum Beispiel chinesische Unternehmen habe ich keine Meinung zu. Warum? Du, der Markt ist für mich zu kompliziert. Okay. Das ist, du brauchst einen IQ von 80 und brauchst einen IQ von 180 und musst dann noch Mandarinen sprechen, um da nicht übers Ohr gehauen zu werden. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, was da passiert. Ich kann, ich lese immer die letzten Nachrichten und das ist die Nachrichten, die ich glaube und also, ich bin skeptisch grundsätzlich. Ich meine, die hatten, ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich unbestrittene gigantische Immobilienblase, dass die da jetzt, was auch immer, 90 Millionen Apartments haben, die leer stehen. Also jeder Deutsche könnte da ein anderes Eins sehen. Eine Ferienwohnung? Das ist ein Business. Das ist ein Business, ja. Machen wir auf. Eine Plattform für chinesische Ferienwohnungen. Ja, bist du in irgendeiner drittklassigen Stadt, bist du der Erste da. Okay. Das ist ja Dodge City-mäßig, so eine Geisterstadt. Seien Sie der Erste, der hier wohnt. Oder wir gucken mal nach Indien. Indien ist super. Indien, da wollte ich gerade noch fragen, haben wir das nicht ein paar indische Sachen? Ich gehe mal hier den Emerging Market Index durch. Da wäre die größte indische Bank, größte indische Unternehmen der Reliance Industries. Ja, ich habe keine Meinung zu Indien. Ist ein toller Markt, ist ein tolles Land. Die Aktien sind immer teuer und das ist ein Land, was ich nicht verstehe. Okay. Es gibt 1,4 Milliarden Menschen, wie wir wissen. Die Inder sind auch clever, es gibt viel Kapital, es ist sehr effizient und ich habe da absolut Alles Kriterien, die für Aktien, das ist wirklich effizient. Die Börse läuft viel besser als beispielsweise Vietnam. Ist mir bekannt, ist mir bekannt, aber trotzdem, ich kaufe nicht Aktien zu diesen Preisen und ich habe einfach da keine Ahnung, es gibt viel Insiderhandel und wenn einer als der Letzte davon erfährt, dann bin ich es. Und das möchtest du ja nicht, ne? Nö, ich weiß, wer über den Tisch gezogen wird und das ist nicht der Inder. Es ist der Fondsmanager in München. Also, okay. Nee, das... Auch nicht. Was fährt uns da noch rein? Bangladesch? Ja, Bangladesch ist ein spannendes, spannendes Land. Ich war da vor einigen Jahren, da waren gerade Wahlen, die eine Frau hat gewonnen, die andere Frau wollte nicht abtreten. Immer schlecht, so Übergang. Ja, und ich hatte ja Businessmeetings und dann, aber die Fronten waren sehr verhärtet, also, dass das wirklich Fronten waren, das waren überall Demonstrationen und so Roadblocks. Okay. Und die einzige Art, wie du von Meeting zu Meeting kamst, die einzigen, durch die, die durchgelassen wurden, waren Krankenwagen. Also, dann bin ich im Krankenwagen von Meeting zu Meeting gefahren, um durch die Straßensperren zu kommen. Aber ansonsten, große Bevölkerung haben, wachsen auch, haben, gut, haben das kleine Problem, dass wir viel, wurden ermutigt, von Erdöl auf Erdgas umzusteigen. und im Sommer, als Deutschland gesagt hat, wir möchten gerne im August alle unsere Speicher voll machen, dann haben sie gesagt, okay, in Bangladesch, ihr seid ja nicht so wichtig, es ist besser, dass es bei uns keine Blackouts gibt, als bei euch. Und dann wurde der Strom da mal abgestellt, öfter. Aber grundsätzlich haben die viel, auch Textilindustrie, viel Möglichkeiten, denn das Problem ist ja, besonders für solche Sachen, wie Textil, was arbeitsintensiv ist, wo gehst du hin? China ist voll, da gibt es, ich meine, da fallen jedes Jahr jetzt Arbeitskräfte weg, weil die eben veraltert. Vietnam ist voll, du kannst da nicht mehr einfach so hingehen und sagen, ich stelle jetzt hier 5000 Leute ein. Pakistan ist problematisch und Bangladesch ist eben, wo es relativ gut funktioniert, du hast relativ gute Infrastruktur und du hast viele Menschen und du hast ein niedriges Lohnniveau, dass das auf jeden Fall ein Ausweichland ist und da gibt es nicht mehr viele von. Besonders diese Low-End-Sachen, wo du einfach Leute, Spielzeug, die T-Shirts, die T-Shirts, super nach der neuen Werkbank, H&M, das ist das Zeug. Das ist doch viel zu hochpreisig, bitte ich. Ja, das kommt aber trotzdem das her, Leute, die für 150 Dollar im Monat arbeiten wollen und das hast du noch in Afrika, aber ansonsten gibt es nicht mehr viele Länder. Und ist das jetzt ein Land, wo man auch als Aktionär was verdienen kann? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe immer diese schrecklichen Bilder von diesen T-Shirt-Fabriken, die zusammenstürzen und wo es immer Unfälle gibt oder Brände oder sonst was. Ich habe mich da auch mit Textil und Fabriken unterhalten. Es ist schwierig, es ist auch grundsätzlich das Textilgeschäft als Investor ist grundsätzlich schwierig, nicht nur, weil die Fabriken einstürzen da. Es ist auch ein wahnsinnig niedrig margiges Geschäft. Und deshalb stürzen die Fabriken auch ein. Wenn die eine Firma sagt, ich will verdienen, sagt hierzu Adidas, wir verdienen 10 Cent pro T-Shirt und die anderen sagen, wir verdienen 9 Cent pro T-Shirt. Ich überlege dir, wer einen Auftrag kriegt. Und das halt, es ist ein wahnsinnig, es ist ein schwieriges Geschäft, da langfristig Geld zu verdienen. Ich war mal wieder, als ich da war, habe ich mich mit einer Firma unterhalten, die haben, was ich grundsätzlich mag, sind Branchen, diese Fast-Moving-Consumer-Goods. Die Cola, die Seife und diese ganzen Sachen, was die Leute jeden Tag wieder brauchen. Hygieneartikel. Hygieneartikel, alles klar. Und du hast eben die junge Bevölkerung, die eben das erste Mal alles irgendwann brauchen. Und das ist eben attraktiv bei diesen Emerging Markets, der jungen Bevölkerung. Emerging Markets, alte Bevölkerung, sondern junge Bevölkerung, dass du eben die Windeln brauchst und was auch immer und dann alles kommt. Die Seife, das Shampoo und die Tampons und die das alles halt immer haben. Das ist Wachstumsmärkt und das ist attraktiv. Und auf jeden Fall habe ich mich da mit einer Firma unterhalten, die haben Eis, Speiseeis gemacht. Das ist ja interessant. Draußen ist jeden Tag brüllend heiß, es ist schwül und du hast eine junge Bevölkerung, die möchten dann Eis essen. Und dann war es so, okay, ja. Und die hatten die marktführende Position. Das kann ich mir vorstellen, dass das Sinn macht. Und die Aktien hatten auch keine große Marktbewertung. Okay, gut. Wie verkauft er das jetzt? Das ist eine gute Frage. Kühlkette. Kühlkette, ganz genau. Da fing es an. Okay, ja, wir müssen das ja von hier zu dem 7-Eleven-Woche immer hinbringen. Wie kommt das denn hin? Ja, wir müssen die Trucks kaufen. Okay, aber das ist ja schon ein bisschen teuer. Da reden wir nicht mehr über Eis. Und dann geht es, okay, und wenn es dann da ist, weißt du, dann läuft es, ja. Stromausfall kommt manchmal. Ja, erst mal, dann müssen wir noch den Kühltruhen kaufen. Ich sage, oh, das ist aber teuer. Und sonst was? Nö, sonst nichts. Außer natürlich den Dieselgenerator für die Kühltruhe, damit der nicht auswählt. Okay, gut. Next. Next, ja. Aber das sind eben solche Sachen, weißt du, auf der Bilanz hört sich das gut an oder auf der Website, okay, wir wollen jetzt Speiseeis machen. Guckt sich das Klima an, denkt sich so, hey, das sieht gut aus. Also jetzt gibt es weiter kein Speiseeis in Bangladesch? Doch, aber ohne Achse. Aber ohne Achse, nicht? Und das ist so Sachen, da musst du einfach vor Ort hinfahren und gucken und sehen und dich unterhalten und das ist eben nicht einfach ein bisschen street-smart da. Wie viel Geld würdest du da jetzt, also die Eis-Idee hat nicht funktioniert, aber angenommen, das hätte dich irgendwie überzeugt, was investiert man denn da, sagst du, also klar, was deine Investoren an Gelder gibt. Das klassische Achselticket. Irgendwie die 20.000 nach wie vor, eher nicht, mit denen du gestartet bist oder ein paar Millionen dann gleich oder wahrscheinlich ist es auch unterschiedlich, aber du hast... Ich denke, du musst grundsätzlich immer in Prozent denken. Ja. Wie groß ist dein Ersparnis und dann sagst du, okay, wie viel ist ein Fixed Income oder in Sparsparnissen, wie viel ist ein Aktien und wenn du deine Aktien einen Teil anguckst, wie viel willst du davon in Bangladesch haben? Sind es 5%, sind es 10%, wahrscheinlich sind es nicht 30% und was die richtige Zahl ist, das weiß keiner nicht, sonst würden es Computer machen. Es ist mehr... Aber wie viel hast du im Fonds, wie viel hast du verwaltet? Ungefähr zwischen den zwei Fonds ungefähr 90 Millionen. Okay. 90 Millionen und wenn du in einer Position, wie viele Dinge hast du drin? Ungefähr 40, 50, also es variiert zwischen... Das ist schon eine richtige Größe, eine richtige große... Da kann man schon ein bisschen Eis mitproduzieren. Kannst du ein bisschen was mit... Aktien kaufen, wenn du nicht selbst ins Geschäft einsteigen. Okay. Aber du willst auch klein sein in der Branche. Ich meine, das ist, wenn du Aktien kaufst, der Riesenvorteil von Privatinvestoren gegenüber Institutionellen ist, die haben wenig Geld und damit kannst du Aktien kaufen, die viele institutionelle Investoren nicht kaufen können. Und ob es jetzt in Bangladesch ist oder ob es im Estax ist. Das ist grundsätzlich... Wie gesagt, da sind wir wieder bei market-effizient. Daimler kann jeder sich angucken und kann sich da eine Geschichte zusammen denken, ob die jetzt teuer, billig sind, ob die Chancen haben oder nicht oder Tesla. Aber wenn du eben wohin gehst, wo jeden Tag nur 1.000 Euro an Aktien gekauft werden, das macht kein Institutioneller. Klar, weil da keine Transaktionen stattfinden, da lohnt es sich nicht, ein Research dafür zu machen. Außer der macht mit mir einen Deal nach dem anderen, also gibt irgendwie Anleihen aus oder will noch Aktien machen, dann kann das sinnvoll sein, aber sonst natürlich nicht. Deswegen ist ja auch Aktien-Research für kleine Unternehmen ausgestorben. Genau. Und die Unternehmen, die das machen wollen, da willst du nicht investieren. Die mehr Aktien verkaufen wollen, die Schulden aufmachen wollen, da willst du nicht sein. Du willst die machen, wo die so viel Geld haben, dass die dich nicht brauchen. Dass die ihre Investmentbanker nicht kennen. Da willst du sein. Da gibt es ja noch alles auf Aktien. Gucken sich auch die Kleinen an. Aber das sind keine Empfehlungen. Ich würde dir nur noch eine, die crazyste Aktie, würde ich gerne noch wissen, die du hast. Bin ich ganz, und die crazyste Aktie und vielleicht noch dazu, wie du die gefunden hast. Crazy, was ist, ich bin, ich mache ja nur langweilig, ich mache ja nicht crazy. Ja, aber von wem? Für deine Verhältnisse verrückt. Ja, danke. Ich muss mal gucken in meinem Portfolio. Ihr redet mal weiter, ich gucke mal ganz kurz. Was ist denn deine crazyste Aktie heuer gerade? Ah, es gibt so viele, ne? Ja, ich habe es wie so ein Briefmarkenalbum. Das ist zu granular. Aber ich habe nicht so große Positionen wie Axel. Ich habe auch nicht 90 Millionen. Also insofern. Wer kriegt denn jetzt eigentlich den Schein von uns beiden? Das geht ins Eigentum von Triple A über. Stimmt. Der kommt ins Triple A Archiv. Genau, damit wir allen sagen können. Wie viele Nullen? Zähl nochmal bitte. Das sind 10 Billion Dollars. 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wir machen gleich ein Bild noch mit Axel auf dem 10 Billion Dollars Schein, damit ihr es auch seht, worüber wir reden. Während Axel immer noch guckt, was die craziest Idee ist. Ich habe nicht crazy, wirklich nicht. Ich habe Brauerei. Aufregende, dann sag aufregende Aktien. Du, ich habe viele, in Nigeria habe ich Aktien, habe ich viele von den westlichen Unternehmen, die haben lokale Töchter da, so wie Guinness zum Beispiel. Guinness Nigeria habe ich. Gibt es auch Unilever India, ist ja auch so ein Ding. Gibt es auch, klar. Aber wäre das was? Viel zu teuer, unbezahlbar für mich. Ich bin ja geizig, aber ich habe, glaube ich, in Ghana habe ich Unilever. Ich habe Unilever Nigeria. Aber das ist ja lustig, und die läuft dann wirklich ganz unabhängig von dieser großen Unilever, die ja zwar als Dividendenwert und als irgendwie Compounder gilt, aber richtig Compounden kannst du da nicht, weil die gar nichts macht, diese Aktie. Und die Nigeria hat ein ganz hartes Eigenleben. Der Hintergrund davon ist, und es gibt viele von denen, wie gesagt, es gibt Unilever in acht, neun verschiedenen Ländern, Nestle auch, die Brauereien auch nicht, die Brauermäße, SAB, Miller, die Ibev oder wie immer die heißen jetzt. Oder ich habe in GlaxoSmithKline in Nigeria. Die sind da oft seit den Kolonialzeiten, diese westlichen Unternehmen, und sind da glücklich, kennen die Märkte, kennen alles, und das sind die Blutschips da. Aber warum lohnt denn das für die? Lohnt sich nicht. Lohnt sich. Die sind schon immer da. Aber die sind schon immer da, aber du hast eben auch, wie gesagt, wenn du in Nigeria bist, hast du ein paar hundert Millionen Menschen. Das ist halt Wachstum. Und dann könnte es sein, dass GlaxoSmithKline in die große Bude fällt, aber GlaxoNigeria steigt. Ja, und aus dem Grund, weil GlaxoNigeria macht nur das Geschäft in Nigeria. Nichts anderes. Und du bist auch daran beteiligt. Wenn du Aktionär bist, bist du auch nur an diesem, und das ist auch rechtlich unabhängig irgendwie so gemacht, dass es... Naja, rechtlich unabhängig, nee, nicht, denn ich meine, das sind dann die März-Aktionäre, 70, 80 Prozent werden in London oder Schweiz gehört dem Mutterkonzern. Warum machen die das? Weil als die ihre Kapitalmärkte, Börsen aufgemacht haben, das waren die größten Unternehmen, und dann gingen eben die Politiker hin hier, liebe Unilever, liebe Nigeria, wie auch immer, wollt ihr nicht einen Teil eurer Aktien an der Börse listen, damit ihr den lokalen Kapitalmarkt unterstützt, unsere Pensionsfonds irgendwo Geld haben, wo sie investieren können. Und dann haben sie gesagt, okay, gut, wie viel müsste man machen? Okay, vielleicht 20 Prozent. Und das ist es dann so geblieben. Das ist auch nicht mehr oder weniger geworden. Wie geht das Geld von Nigeria nach London? Über Dividenden. Das ist die Hauptmotivation, dass sie einen Haufen Dividenden zahlen. Und das wird auch voll konsolidiert, weil ja 80 Prozent Anteil und so weiter. Absolut. Aber du bist dann nur an dem Ding. Also ich finde Unilever, Nigeria finde ich schon ziemlich crazy. Das sind wir jetzt das Crazier. Das kaufst du dir? Kann man das in Deutschland kaufen? Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das kaufst du in Lagos. Du musst in Lagos kaufen. Was ist denn da los? Ich will doch jetzt was für Deutsche. Für Deutsche. Zambief. Ich habe Zambief, wird in London gehandelt. Zambief. Wird das schon sehr nah dran. Z-A-M-L-N ist das Symbol. Z-A-M-L-N. Und die machen, das ist die größte, wie sagt man heutzutage, Proteinhersteller. Wie sagt man heutzutage? Proteinhersteller. Sie können auch sagen, Sie sind Fleischer, Schlachter, was auch immer. Ja, Proteinkonzern. Heute ist es ein Proteinkonzern und die sind da schon ewig. Die Aktien sind stark gefallen vom Höchstständen, die sie vor 15 Jahren hat. Und Zambia ist eine Kupferstory. Außer Frage. Haben jetzt eine neue Regierung, die sehr... Ach, die ist ja schon in London so illiquide. Die läuft ja wie so eine Treppe. Ja, weißt du, das stimmt. Aber Liquidität ist auch ein bisschen oft, also für mich zum Beispiel, subjektiv. Du siehst, Aktien, die werden nie gehandelt und auf einmal kannst du die aber alle kaufen, weil... Das sind dann Blocktrades. Ein anderer Institut, der möchte verkaufen, du möchtest kaufen und dann kannst du alle Aktien auf einmal kriegen. Die werden tagelang nicht gehandelt. Hier, das ist natürlich sehr befriedigend für eure Zuseher. Hier ist es, hier ist Zambief. Hier besichtige ich das Geschäft letztens Anfang des Jahres. Und du hast eben diese ganzen Fast-Moving-Consumer-Goods, Haufen Kühe, glückliche Kühe, das sehen wir. glückliche Kühe, machen viel Milch. Und man sieht Axel mal mit Kappe, mal ohne Kappe und so wie, muss ich dir vorstellen, wenn irgendwie der Landwirtschaftsminister... Genau, zum Fototermin. Der unser? Ja. Ö ist der Östemier. Östemier, ja. Also der Östemier irgendwie in so einer Landwirtschaft besucht und so muss man sich das vorstellen. Nur da beguckt sich keine Proteine an. Okay. Das sind die Hühner, die nicht... Also es geht ja nach China noch der Kram, oder? Das waren die Hühnerbeine und die Hühnerfüße, das sind China. Hier flügen die Hühner durch die Gegend noch unter der Decke. Ja, also man kann sagen, Axel ist an der Basis. Du, das ist an der Basis. Ich meine, wenn du das siehst, ist das... Und so eine Fleischhabe... Also Axel guckt glücklich. Also muss ich sagen... Na, das bin ich nicht. Das ist er doch gar nicht. Oje, 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 jetzt wird es aber sehr proteinreich. Du, aber... Du, aber weißt du was? Ich habe solche Kinder auch... Also ich will auch meinen Kindern gezeigt. Du musst... Ich finde das hier, wir machen... Und wie gesagt, meine meine natürlich das Vegetarierin, ich esse selber wenig Fleisch. Weißt du, das Fleisch wird ja hier so verkauft, als wenn es irgendwie... Es kommt so... Einfach verpackt nicht. Du siehst gar keinen, dass da ein Tier dahinter ist, was gestorben ist. Es ist einfach fein paketiert, schön zusammen. Kein Blut, kein Knochen. Aber das ist schon in Spanien anders oder in Frankreich, wenn wir im Urlaub sind, da sieht man ja auch schon noch die Herkunft des Fleisches. Das hat man in Deutschland irgendwie, das ist aus ästhetischen oder Pietätsgründen, hat man die irgendwie anders verpackt. Tja, hier so, ne? So sieht es aus in Sammeln. Jetzt nehmen wir uns hier noch auf eine optische Weltreise. Übrigens ist das jetzt... Und wie gesagt, wir müssen jetzt auch mal zum Schluss kommen. Wir sagen doch immer, wir haben die Welt umrundet, aber diesmal haben wir sie so richtig umrundet. Wir haben sie wirklich umrundet, das stimmt. Also ich meine, Axel hat jetzt praktisch jedes Land dieser Welt ausgeschlossen für ein Investment. Für ein ETF-Investment. Ja, für ein ETF-Investment. Das stimmt, als Land gesehen. Trotzdem, jetzt sagen wir noch mal allen Menschen, wenn ihr jetzt das machen wollt, man kann auch den MSCI Emerging Markets kaufen, dann hat man halt 31% China, das muss man wissen. Man hat 13% Taiwan noch und hat glaube ich 14% Indien. Und Hongkong noch, ne? Hongkong hat man aber nicht so viel. Das wird meistens über China mitgezählt. Also Hongkong hat nur 1,2%, wenn ich mir die Übersicht angucke. Und das muss man halt wissen. Und was ist mit Frontier Markets? So ein ETF gibt es ja auch, aber... Du, das ist bescheuert, macht nichts Sinn. Die Gewichtung ist bescheuert. Weißt du, Market Cap gewichtet, Frontier Market, das war mal 70% Vietnam oder das war dann so Saudi-Arabien war dann 70%. Du kriegst nicht irgendwelche Nebenwerte. Du kannst da nicht in solche Aktien, kannst du nicht kaufen über ein ETF. Okay, das sollte man eher über aktive Fonds machen. Du kannst gar kein ETF bauen. Ja, das ist unmöglich. Und wahrscheinlich sollte es vielleicht, ich muss sagen, okay, dann ist halt Afrika nichts für mich und das ist auch okay. Aber du kannst da nicht machen, täglich kaufen, verkaufen. Du musst wirklich daran denken als, du kaufst keine Lottoscheine, du kaufst einfach Unternehmensanteile und die kaufst du zum guten Preis und kaufst Cashflow, kaufst Dividenden und du kaufst positive demografische Entwicklung. Ab und zu mal kriegst du eins auf die Klappe, da funktioniert es nicht, aber dann langfristig wird das Geld mehr wert. Und du musst das wirklich ganz, dieses tägliche total vergessen. Von mir können sie die Börsen die nächsten drei Jahre zumachen und ich würde eigentlich nur am Strand sitzen und Margaritas trinken. Das reicht. Du musst... Hast du eigentlich in Russland dabei? Da hast du ja drei Jahre Börse vielleicht zu für Westeuropäer. Russland habe ich Geld verloren, klar. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, müssen wir die Welt wirklich umrunden? Also wir lernen, bei Emerging Markets oder zumindest bei Frontier Markets kann es sinnvoll sein oder sollte man mit aktiven Fonds das machen? Ja, vielleicht gibt es... Du, China kann auch steigen. Wenn du China haben möchtest und China verdoppelt, will ich nicht ausschließen. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt nicht mein Ding. Okay. Sehr spannende Weltreise. Ja. Und frage ich mal mit Bildern von vor Ort. Ich habe jetzt auch schon eine neue Idee noch. Ach so? Wie du den nennst? Nee, das verrate ich jetzt noch nicht. Das wird dann auf... Müssen wir jetzt noch diskutieren. Okay. Aber ich finde... Aber Indiana Jones könnte eine Rolle spielen, Axel. Okay. Das wird gut. Der Indiana Jones, der in Hessen... Das wird jetzt auf jeden Fall... Aber da muss man auf jeden Fall jetzt noch ein Foto machen. Das müsst ihr euch dann auch angucken. Ja. Weil mit den Ideen Indiana Jones will man gesehen haben. Gut. Haben wir sonst irgendwas vergessen, Axel? Nö. Nö. Nö, sonst nicht. Wir haben alles besprochen. Ich bin mir sicher, dass deine Frau sich bestens unterhalten wird. Das wollte ich gerade fragen. Wird die Frau das hören? Nö, die wird sie nicht hören. Oh nein. Na, die kennt mich. Die war die Hälfte miterlebt. Die kennt die Geschichten. Die ist so froh, wenn sie... Also meine Frau macht das auch. Die kam heute Morgen und sagt so, Mensch, hallo. Und dann hört sie gerade mich auf den Ohren und dann sah sie mich noch und so. Also das ist wahre Liebe. Die hört deinen Podcast jeden Tag noch? Die hört den Podcast. Wirklich? Wow. Ja, tut sie. Bei mir immerhin der Nachbar. Mein Nachbar kam mir heute Morgen entgegen und ich rief ihm was zu und er meinte, Nando, ich kann dich nicht verstehen. Ich höre gerade deinen Podcast. Auch schön. Komm. Für den ersten Podcast ist deine Frau überzeugt. Ich werde es dir sagen. Sage das mal. Es wird sich lohnen. Wir würden auch ein Shoutout machen für die Frau. Wie heißt sie? Tina. Tina. Also wir würden sagen, für Tina, vor dem Podcast würde du noch Tina. Schreibst du mir. Wir können auch jetzt ein Shoutout machen. Also Tina, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Vielleicht platzieren wir noch weiter vorne noch. Okay. Gut, Axel, vielen Dank. Das war super spannend. Ja, hat Spaß gemacht. Danke euch. Gut. Tschüss. Tschüss. Also man sagt ja wirklich immer, ist eigentlich schon fast ein bisschen abgegriffen, Reisen bildet, aber diese Reise war auf jeden Fall, hat sehr, sehr gebildet. Man muss sagen, dieses Vietnam-Beispiel, wir sind ja beide so ein bisschen Alltagsökonomen, nicht wahr, lieber Holger? Und genau das ist ja das, was Axel da vor Ort dann eben auch macht. Er beobachtet ja teilweise über Jahre, wie er erzählt hat, den Alltag, natürlich auch den ökonomischen Alltag. Und dieses Vietnam-Beispiel zeigt das natürlich par excellence, wie man so schön sagt. Wenn du vor Ort bist, beobachtest du eigentlich mal, beziehungsweise beobachtest du die Dinge und dann beantworten sich eben auch die Fragen. Und wenn der Zschäpitz dann eben fragt, ja, Vietnam, Wohlstand, wo siehst du denn da der Wohlstand? Bei den Aktienkursen sehe ich überhaupt nichts. Ja, dann hat er halt die Antwort, weil Wohlstand vor Ort spiegelt sich nicht oder sogar logischerweise nicht, wie er es erklärt hat, nicht unbedingt in den Aktienkursen beziehungsweise in der Marktkapitalisierung. Und jeder China-Aktionär kannte das bisher ja auch schon. Da gibt es ja das Land, das wächst ja eigentlich schon seit Jahren, am Anfang zweistellig, dann wenigstens mit 8 Prozent. Und die Aktien machten das teilweise nicht. Das ist halt bei Schwellenländern, weiß man halt nie, wer verdient jetzt. Und es kann halt nur einer, also wenn die 8 Prozent können, entweder vollständig zur Bevölkerung gehen oder vollständig in Gewinneinkommen sich übertragen. Oder wenn Unternehmen, die an der Börse sind, noch mehr Gewinne machen, als diese 8 Prozent Wachstum, kannst du dann auch 16 Prozent Gewinn machen. Und dafür machen dann andere weniger. Es ist halt wirklich, es ist immer die Frage, wie wird das verteilt, was da an Wohlstand geschaffen wird. Und das Beispiel Vietnam war wirklich spannend zu sehen. Und ich finde das ja großartig. Wir gönnen es ja auch den Menschen da, dass sie alle reicher werden und am Wohlstand partizipieren können. Ich fand es halt nur ein bisschen frustrierend, dass man da mit einem, es gibt ja auch einen ETF drauf, da nichts mitmachen kann. Ja, aber so ein bisschen besseres Gefühl hat man jetzt dann doch wenigstens den Vietnamesen geht es gut. Also wenn schon nicht. Ja, das kannst du dann dem Eckart, ich glaube der Eckart oder ein Kumpel vom Eckart hat diesen Fonds und dann kann der Eckart sagen, guck mal, du machst wenigstens was für die Bevölkerung da. Man muss sagen, das war wirklich, also der Axel, der wirkt ja auch wirklich, ich meine, einen Hedgefondsmanager stelle ich mir schon irgendwie anders vor, muss ich gestehen. Der ist hier wirklich bei uns auch reingeschneit, wie so ein Backpacker auf Durchreise zur nächsten Destination und wie gesagt, schwarzes T-Shirt, genau, was ja, mit ACDC drauf, mit ACDC drauf, ganz genau. Rucksack umübergeschnallt, abgeschnallt, aufgeschnallt, weiter geht's. Also das ist halt wirklich auch erfrischend völlig anders. Ja, und es ist wirklich erfrischend, ich würde es mal auch ehrlich nennen und die Ehrlichkeit ging schon fast so weit, dass man es geschäftsschädigend nennen könnte. Also, dass er auch bewusst nur bestimmte Investoren gerne hat. Aber das ist auch eigentlich gut, weil du dann nicht genervt wirst oder dich nicht stören lassen musst von deiner Arbeit, wenn die Leute wissen, hey, der ist ein langfristiger und langfristig, das ist Geld, was ich langfristig anlege und was auch wirklich anders läuft als irgendwie Technologiewerte oder der breite Markt. Das ist super. Und als er gesagt hat, ich möchte eigentlich Investoren, die am Tiefpunkt bei mir einsteigen, und nicht welche, die dann einsteigen, wenn gerade mein Fonds gut läuft, fand ich auch eine schöne Regel. Und da kannst du wahrscheinlich auch ruhiger arbeiten und dich mehr um deine Unternehmen kümmern und nicht allen Leuten immer wieder erklären müssen, dass es vielleicht ein bisschen dauert, ist der vorne entsprechen. Also er wirkt jetzt nicht, als würde er sich schnell aus der Ruhe bringen lassen. Also der war irgendwie echt so in sich, wie sagt man immer, sich so in sich? Ruhend. In sich ruhend. Er war in sich ruhend, genau. Ganz anders als du, lieber Holger. Ja. Ruhst ja selten in dir. Was ihr aber gemeinsam habt, du gehst auch auf Reisen. Genau. Nächste Woche. Davos ist Weltwirtschaftsforum. Ich weiß nicht, ich glaube, mein neuntes ist das jetzt schon. Zum neunten Mal, damit gehöre ich schon fast zum Inventar da. Und wenigstens ist der Euro rechtzeitig wieder über die Parität zum Schweizer Franken gegangen. Also wieder ein bisschen mehr. Also es war ja teilweise so, dass ich für einen Euro nur ein paar Repli bekommen habe. Und jetzt kriege ich wenigstens wieder für einen Euro einen Schweizer Franken und noch ein bisschen. Aber wenn man die Kaufkraft anguckt, da kann man ja mal den Big Mac Index anschauen. Also gucken, was kostet in der Schweiz dann der Big Mac, wenn ich es in Euro umwandle. Und da muss ich 43 Prozent mehr zahlen für den Big Mac. als in Deutschland. Und da seht ihr, es ist eine sehr teure Woche immer. Aber ich kann euch eine gute Nachricht sagen, ihr müsst meine Klagen nächste Woche bei Alles Wackt sind hier nicht hören. Denn nach, es sind jetzt vier Champions Wochen am Stück fast gewesen, gibt es jetzt endlich mal eine Woche mit Philipp und dir, lieber Nando. Ja. Und dieses, das ist ein Wohlfühlprogramm, würde ich es meinen. Und dieses Wohlfühlprogramm, das wollt ihr ganz sicher nicht verpassen. Darum abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Fragen. Und uns gibt es dann am Montag wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020